Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 386. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Der Herr Basti. Gude und Grüße. Und der Herr Marvin. Hi. Wir wollen reden über Fußball und das, was die Eintracht auf dem Feld hinterlässt und müssen da anfangen bei diesem Leverkusen-Spiel. Wir hatten alle im Vorfeld, als wir letzte Woche darüber gesprochen haben und auch als wir die Spieltagsvorschau für den Spiegel geschrieben haben, immer noch dieses 6-1 vom letzten Jahr im Kopf. Ein 6-1 ist es nicht geworden. Am Ende wurde es aber ein 4-0 für Leverkusen und du, Basti, hast aus Protest früherzeitig das Stadion verlassen. Habe ich das so richtig im Kopf? Ja, es war auch ein gefühltes 6-1. Das ist klar, Jakob, du holst, ob du 4-0 oder 6-1 verlierst. Das Art des Spiels war ziemlich ähnlich. Ziemlich schnell gemerkt, dass da gar nichts geht. Aber woran liegt das? Aber dass das so schnell ging, das ist halt das Nervige. Weißt du, du fährst ja auswärts und du rechnest ja nicht damit, dass du Leverkusen gewinnst. Eigentlich fährst du ja da hin, weil du denkst, ganz ehrlich, ich will bei dem, keine Ahnung, alle 5, 6 Spiele will ich dabei sein, wenn die Eintracht da irgendwie was holt und da geile Stimmung ist. Deswegen fährst du hin. Das heißt, du bist ja auch nicht sauer, wenn die Eintracht da, keine Ahnung. Das Ding ist nur, du hast halt wenigstens, wenn du da hinfährst, willst du wenigstens bis zur Halbzeit noch das Gefühl haben, ey, wer weiß, wer weiß, wer weiß, geht hier vielleicht noch was. Und wenn man ganz ehrlich ist, hatte man nach drei Minuten schon, wusste man schon, okay, ganz ehrlich, ich kann gerade wieder nach Hause fahren. Also dieses Ding von Havertz da in der dritten, vierten Spielminute irgendwie so was irgendwie in den Dreh. Also was da für Lücken in der Abwehr der Eintracht an dem Spieltag waren. Also der hätte wahrscheinlich auch noch irgendwie im Moment stehen bleiben können und sich einen Schuh binden und hätte genug Zeit gehabt, da irgendwie das Ding zu verwandeln. Das ist der pure Wiss gewesen. Das ist halt dieses Ding, du spielst gegen Leverkusen, weil die sind individuell besser. Und dann schießt, dann kassierst du gegen die aber ein Tor, was auch Paderborn machen würde. Ja, weil du einfach mit überhaupt keiner Kraft ins Spiel gegangen bist. Also ich bin voll bei dir. Basti, du hattest ja erst noch diese Chance von, ich glaube, es war Kamada. Das war ja so der Hoffnungsschimmer in der ersten, zweiten Minute sozusagen. Und danach war es ja wirklich nur noch, ging es nur noch bergab. Aber da hat auch völlig die Einstellung gefehlt. Da bin ich voll bei dir. Das ist so dieses, dieser Grip und dieser Bezug zum Spiel hat völlig gefehlt. Und du sagst es richtig, ob dann Leverkusen da steht oder Paderborn oder wer auch immer da unten mitkickt. Das ist wirklich ein super, das hätte jeder gemacht. Und das ist das Ärgerliche. Und wie du sagst, individuelle Stärke dann sowieso. Und dann kommt natürlich so ein Ergebnis am Ende raus. Aber du hattest nie. Und ich konnte es leider dann auch nur noch in der Zusammenfassung nachher nochmal schauen. Hattest auch in der Zusammenfassung, wenn du es dir anschaust, ist schon sehr traurig, weil sich die Zusammenfassung natürlich dann auch, selbst die Fünf-Minuten-Fassung nur mit den Toren von Leverkusen befasst. Und du einfach diese eklatanten Lücken natürlich dann dir angucken musst. Das ist schon schade. Aber da hat wieder die Einstellung gefehlt. Oder was meint ihr? Also es war wirklich diese körperliche, ich würde fast sagen Abstinenz. Also es war weder geistig, da waren sie eh nicht im Spiel, aber auch überhaupt nicht dagegen gehalten. Überhaupt nicht irgendwie mal Zweikämpfe angenommen. Was ist da los? Erinnere dich mal an die Saison, wenn man wirklich ein bisschen längerfristig drauf guckt, wie oft wir hier auch darüber gesprochen haben, dass sie die erste Halbzeit verschlafen. Also das ist ja kein neues Phänomen, dass die letzten Spiele jetzt schwach waren. Irgendwas ist diese Saison, wo du denkst, ey, zeitlang haben die das wieder aufgeholt. Aber selbst das ist jetzt voll ungegangen. Also die Eintracht hat ganz, ganz, ganz merkwürdige Halbzeiten drin. Also ja, in Salzburg war es ja eh nicht. In den ersten zehn Minuten saßt mir alle da und haben gedacht, ach du lieber Himmel, was passiert denn jetzt hier? Und das kann ja nicht nur körperlich sein, sondern da muss ja tatsächlich auch irgendwie so das in der Mannschaft sein, dass irgendwie einer fehlt, der sagt, ey Leute, Konzentration ab erster Minute, weil das Ding ist ja, wir sehen ja tatsächlich, dass die das an anderer Stelle auch können. Marvin, wie siehst du das denn? Was ist so dein Punkt in der ganzen Geschichte? Woran liegt es? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel ja zu meiner großen Freude nicht komplett gesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich war ja am Wochenende komplett im Wrestling-Fieber und habe alles richtig gemacht damit und muss dann tatsächlich in der Zusammenfassung festhalten, dass, also ich schließe mich euch ja natürlich an, aber was mir echt Kopfschmerzen bereitet, ist die Leistungsunwilligkeit über weite Spiele, also über weite Teamstrecken hinaus. Also das fängt wirklich auch, ich will die beiden ganz, ganz selten und wenig kritisieren, weil ich finde, dass Indica und Turin eine wunderbare Entwicklung genommen haben, aber auch die beiden waren auf diesem Spielfeld sehr, sehr wenig präsent, über Core brauchen wir nicht sprechen. Da sind so viele Einzelspiele, die überhaupt nicht an ihr Leistungsvermögen kamen und was mich ja ein bisschen, ja, verdutzt zurückläuft, ist die Tatsache, dass dann auch ein Kostic keine Lust mehr hat, ja. Also das hast du, ich habe mir extra, ich habe mir extra nochmal versucht, das Spiel ein bisschen länger dann im Replay, als wir hier in der Vorbereitung jetzt hierzu nochmal anzugucken und mir ist halt aufgefallen, die Lustlosigkeit bei Kostic, die aber sich daraus begründet, dass er der Einzige ist, der versucht Dinge zu machen und der guckt dann den Silber an und denkt sich, Alter, du hast aber heute auch nur Scheiß am Schuh, irgendwie habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Ich habe in manchen Spielen vorher auch schon gemerkt, wo er ja auch immer wieder läuft und läuft und läuft, aber da war es zumindestens, wie du schon richtig sagst, noch nicht an dem Punkt, wo er dann halt auch komplett irgendwann auch in diese, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich höre jetzt auch auf Haltung geht, sondern es halt immer noch weiter macht und versucht irgendwie Leute mitzunehmen, aber da hast du, wie du schon richtig sagst, festgestellt, irgendwann ist halt einfach rum und da kann man ihm, finde ich, auch überhaupt nicht übel sein. Er ist der Einzige, der es halt immer wieder versucht und dass der irgendwann auch sagt, wisst ihr was, wenn ihr einfach keinen Bock habt, hier zu rennen, ich muss mir hier auch nicht die Seele aus dem Leib laufen, dann ist das auch nachvollziehbar. So ein bisschen das Problem ist doch aber, sorry Marvin, ja, du erst? Ja, ist gut. Also ich finde, das Problem ist natürlich an der ganzen Geschichte, jeder hat gesagt, gegen Leverkusen musst du nichts holen. Leverkusen auswärt, super schweres Spiel, was du hast vorhin gesagt, diese alle fünf, sechs Jahre reißt du da mal was, das wäre natürlich cool gewesen, war aber natürlich aus dieser Gesamtentwicklung eher nicht zu erwarten. Was mich total abfuckt, ist natürlich, dass das anscheinend komplett auf die Mannschaft übergegangen ist, wieder dieses, ach, da holen wir eh nichts, oh, da kommen noch harte Wochen jetzt, ach du je, wir müssen ja auch dann in der Europa League wieder fit sein. Also hast du das Gefühl, dass so diese Ausreden, diese, ich sage jetzt mal, ah, wir müssen auch so ein bisschen haushalten mit unserer Kraft und ich kann ja nicht jeden Ball jetzt hier mit jedem Spiel 110 Prozent geben, finde ich, das, finde ich, kommt in der Mannschaft irgendwie an, warum auch immer. Und das muss dringend irgendwie den, ja, wie sagt man so schön, ausgetrieben werden, weil das ist ja fürchterlich. Du kannst, natürlich ist das im Gesamtbetrachtungswinkel natürlich eine schwierige Situation, weil du kannst einfach nicht diese kompletten, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele wir jetzt hier im März haben, immer 110 Prozent geben. Aber erstens will ich von denen, die auf dem Platz stehen, will ich sehen, dass sie alles geben und wenn die nicht mehr können, müssen sie ausgetauscht werden durch andere. Ob die es dann adäquat ersetzen können, ist eine andere Frage. Auf der anderen Seite, wenn du natürlich mit so einer Einstellung im Kopf schon da reingehst, hast dann diese Spiele und das dann auch manchmal, kann ich Kostic gut verstehen, denn das ist eigentlich jemand, der immer Vollgas gibt. Und wenn dann die anderen Spieler Laufwege nicht komplett fertig laufen oder wirklich dann Angriffe schon abbrechen, obwohl es eventuell noch, ja, ich sage jetzt mal, mit zwei, drei weiteren Spielern eine viel gefährlichere Szene vorne geworden wäre und du merkst schon, die anderen draben schon nur noch, dass du dann keine Lust mehr hast, kann ich völlig verstehen. Darf aber auf keinen Fall sein. Ich finde es verheerend, dass wir das jetzt eigentlich zu einem, ja, ich sage mal, Saisonstand oder, ja, zum Zeitpunkt in der Saison sagen müssen, wo die Saison noch ewig lang ist. Wir haben noch ewig viele Spiele und die fangen jetzt schon an, so ein bisschen zu Hause zu halten. Das ist wirklich, finde ich, eine krasse Sache. Ich weiß nicht, ob ihr da mit mir mitgeht, aber das ist ein Signal, was ich zumindest von der Mannschaft empfange, wenn ich mir diese Spiele anschaue. Und das ist jetzt nicht nur das Spiel gewesen. Wie gesagt, konnte ich mir leider nicht in der vollen Länge angucken, aber Marvin, das bestätigt so ein bisschen das auch, was du jetzt gesagt hast, zumindest in meinen Augen. Wir müssen da unbedingt schauen und da brauchen wir eventuell auch jemanden auf dem Platz und da wünsche ich mir sowas wie Rode oder sonst irgendjemanden, der dann vielleicht auch mal sagt, Leute, rennt, macht, tut. Weiß ich nicht, ob er sich nicht durchsetzen kann oder ob er der falsche Ansprechpartner ist, aber er muss dringend mehr Wille wieder da sein. Und wie wir den bekommen, keine Ahnung. Ich bin momentan auch ein bisschen überfragt. Aber das will ich ganz, also ich gehe da nicht so ganz mit, auch wenn es diesen Eindruck macht, aber ich meine, dass du mal einzelne Spieler auf dem Feld hast, diese Haltung übernehmen und sagen, okay, wir spielen jetzt gegen Leverkusen, da waren wir im letzten Jahr irgendwie schlecht, Leverkusen ist individuell stärker, da holen wir jetzt oder so nichts. Ja, das glaube ich, aber dass das bei elf Spielern auf dem Feld der Fall ist, dass die diese Denke im Kopf haben, das kann und will ich mir einfach nicht vorstellen. Aber das System funktioniert schon nicht mehr, wenn einzelne Spieler nicht mehr voll mitlaufen. Das ist wie bei einem Pressing, wenn du hast, du läufst mit drei Mann vorne an sozusagen und die anderen aus der zweiten Reihe laufen nicht mit, hast du einfach nur mehr Platz geschaffen, die vorne haben sich totgerannt, das bringt gar nichts. Und ich finde, das ist hier auch so ein Fall. Die vorne haben sich aber auch nicht totgerannt. Also der Einzige, der wirklich immer wieder versucht hat anzulaufen, war ein Kostic, aber bei allen anderen war irgendwie auch ein Fall. Das war nur ein Beispiel, das ist wie beim Pressing, auch wenn du bei den anderen Situationen, wenn du bei den anderen Spielzügen, wenn die Spieler nicht mitlaufen, die Räume machen sich einfach nicht auf, ist es viel einfacher zu verteidigen. Du reibst dich also im Endeffekt an Situationen auf und das meinte ich jetzt auch mit Kostic, das ist natürlich super einfach zu verteidigen, wenn im Endeffekt keine Entlastung von der anderen Seite oder mal ein bisschen Druck über eine andere Stelle kommt, als eben wieder nur über diese schon tausendmal benannte Links-Außen-Position. Aber gut, wie gesagt, ich will jetzt auch nicht alles schlechtreden, ich muss aber wirklich sagen... Nein, aber nein, nein, nein. Man muss Dinge mal kritisch ansprechen und deswegen ist es doch richtig, dass du das machst. Weil, liebe Leute, das kann doch so nicht weiterlaufen. Und ja, natürlich, ja, die sind im Pokal weitergekommen und es ist alles geil und das finden wir auch super. Und wir können das doch in der Gesamtbetrachtung durchaus differenziert betrachten, können sagen, dass das wunderbar ist, dass die Eintracht den Pokal hier momentan von Sieg zu Sieg zieht und wir denken, meine Güte, wie toll ist das. Aber trotzdem dürfen wir doch nicht außer Acht lassen, dass es in der Liga aktuell einfach eklatante Schwächen gibt und die müssen gefunden werden. Und ich bin auch kein Experte. Bei allem Respekt, wie wir gucken, wir betrachten dieses Spiel. Und wir sehen, die Herangehensweise ist, der Eintracht ist gerade in den Auswärtspartien in der Bundesliga, aber zuletzt in den Heimspielen auch nicht richtig optimal gewesen. In der Bundesliga grundsätzlich einfach nicht ausreichen, um konsequent zu punkten. Und das ist ein Problem, das auch angesprochen werden muss. Und dann müssen sich alle Stellen hinterfragen. Ich glaube, Hütter hat in den letzten Monaten und Jahren immer wieder den einen oder anderen richtig guten Trick aus dem Hut gezaubert, der uns geholfen hat, der die Mannschaft weitergebracht hat, auch im Wechsel zum Winter. Da muss man sagen, die Umstellung im Team hat Früchte getragen, denn wir sind aus einer verheerenden, schwierigen Leistungskurve wieder hochgekommen und haben uns konsolidiert. Jetzt muss erneut in diese Richtung etwas passieren. Und dafür muss er natürlich auch sorgen, und muss sich Gedanken machen und muss sehen, wo er die Akzente setzen kann. Denn faktisch ist es einfach so. Und ich weiß, ihr wollt mir gleich widersprechen. Ich habe im Winter schon gesagt, dass für mich das Ziel 40 Punkte ist. Und aktuell habe ich einfach meine Probleme, weil ich diese Erreichbarkeit nicht so klar sehe. Und das nervt mich, denn die Eintracht hat das Potenzial, 40 Punkte zu holen, aber die müssen es in der Liga endlich mal geschissen bekommen. Und mich nervt das, diese Nachlässigkeit. Natürlich verlierst du gegen Labour-Kunst, das kannst du auch tun. Aber die Einstellung ist erneut mangelhaft und nicht so, wie ich mir das wünsche. Und das müssen die sich auch vergegenwärtigen, auch wenn die Liga super läuft. Und auch wenn ich sie gerne an einem Donnerstag feiere, weil sie das wunderbar machen. Und am Ende will ich ja gar nicht zu viel. Wenn wir 12. oder 13. werden am Ende und wir halt sicher die Klasse gehalten haben, alles Boogie, wir sind im Pokal, wir werden gleich darüber sprechen, wie es im DFB-Pokal läuft. Europa League können wir auch gleich darüber sprechen. Alles, sind wir jetzt schon in einer super Position. Aber trotzdem darfst du die Liga nicht vernachlässigen und dafür musst du Lösungen finden. Ja, ich sehe es auch so. Es ist halt tatsächlich so ärgerlich, weil diese Punkte hast du halt nicht geholt. Und da kann uns auch immer erzählt werden und dann hat Bobic ja gewartet, bis endlich mal ein paar Spiele gewonnen wurden und so, das war alles übertrieben. Ist es eben nicht? Diese Leistungskurve nach unten, die kommt immer wieder. Und die kann auch nicht immer damit erklärt werden, zu sagen, ja, wir haben so viele Spiele. Ich weiß nicht. Wenn man das dann weiß, dann muss man halt irgendwie gucken, dass man da besser rauskommt, weil die Eintracht ist tatsächlich jetzt in der Situation, die spielt jetzt gegen Gladbach und gegen Bayern. Da wirst du wahrscheinlich auch nichts holen. Und dann stehst du da und dann hast du dieses Spiel weniger auch noch oder gegen Bremen, was ausgefallen ist, und dann bist du halt im Kontakt nach unten. Ich glaube nicht, dass die Eintracht absteigt. Ich glaube, dafür sind die anderen zu schlecht. Die werden irgendwie die Punkte noch holen. Ich glaube sogar, dass wir 40 gar nicht brauchen. Wahrscheinlich bleibst du mit 35 drin, weil die anderen echt schwächer sind. Aber dann hast du keine gute Saison gespielt. Und wenn du keine gute Saison gespielt hast, dann hast du tatsächlich auch keine Marktwerte geschaffen. Ich bin tatsächlich immer noch, und ich probiere immer diese Analyse so weit wie möglich nach draußen zu schieben, wenn die wirklich valider ist. Aber trotzdem, dieses Gefühl, was ich in mir habe, ist dieses, okay, die Eintracht hat diesen Transfersommer komplett verschenkt, im Winter nochmal und fängt wieder von vorne an. Also das Geld ist dann weg. Stimmt, ja. Ich verstehe das. Das bringt nichts. Silva weiß man nicht ganz genau, ob er das über Strecke macht. Was mich halt stört an dieser Saison ist dieses, das geht halt nicht voran. Also du hättest tatsächlich auf jeden Fall einen größeren Schritt machen können. Das ist unbenommen so. Das ist nicht alles optimal gelaufen. Du hast viel Geld für die falschen Spiele ausgegeben. Trotzdem muss man jetzt, und da hat Marvin ja recht, ganz ehrlich, und lieber einmal zu viel mahnen, als einmal zu wenig. Fragt man, wie Stuttgart irgendwann abgestiegen ist oder Nürnberg damals so. Wir haben jetzt sicher auch zu der Zeit noch nicht gedacht, dass die absteigen. Und sechs Punkte kannst du theoretisch auch noch an den letzten beiden Spieltagen verlieren. Also das Polster müsste eigentlich jetzt langsam mal größer werden. Und das ist genau der Punkt. Und da, genau, ich verstehe natürlich rational deine Anwälte. Ich habe natürlich auch 93 gehört. Und ich weiß natürlich, ich habe jetzt hier dann, ich habe Fußball 2000 nachgeschaut, wo ihr auch drüber gesprochen habt, war ich ja nicht da. Aber trotzdem, ja, natürlich muss man objektiv vielleicht nicht den Teufel an die Wand malen. Aber wir haben das mit der Eintracht schon viel zu häufig, viel zu oft erlebt. Und dass du in eine Spirale der Negativität gekommen bist, aus der bist du nicht mehr ausgebrochen. Weil du es nicht mehr hinbekommen hast, in der Liga diese Leistung zu zeigen, die notwendig dafür ist. Und es gibt andere, die sehen schon relativ früh, dass ihnen die Fälle wegschwimmen. Und dementsprechend handeln sie. Wir haben jetzt Augsburg gesehen. Man könnte rein aufgrund der letzten Ergebnisse von Augsburg jetzt nicht davon ausgehen, dass es notwendig wäre, den Trainer zu entlassen. Weil du kannst sowohl gegen die Bayern 2 in München verlieren, als auch die Spiele zuvor, die durchaus teilweise auch fast unglücklich verloren gegangen sind. Ich erinnere an das Heimspiel gegen Mönchengladbach. Da würden wir auch sagen, wenn wir gegen Gladbach verlieren, na ja, na ja. So, und die haben sich aber jetzt getrennt. Natürlich, ist doch klar, wenn wir den, wir kennen Schmidt, wir haben auch ein bisschen, ein paar Kontakte nach Mainz. Wir wissen schon, wie der Hase läuft und dass sie damals auch in Mainz relativ zufrieden waren, dass dieser Vogel da auch weggegangen ist. Ich glaube, in Augsburg werden sie jetzt ähnlich sprechen. So, aber trotzdem, die sehen, da gibt es gewisse Sachen, die geändert werden müssen. Wir sehen, dass Köln sich aus irgendeinem Grund mit dem Wunderheiler Gießdoll in den oberen Rängen mittlerweile fast befindet. Das war nur Platz 10, aber da tut sich einiges Positives. Wir sehen Düsseldorf durch den Trainerwechsel. Man kann funkeln, mögen, wie man will, aber man muss auch dazu sagen, dass Düsseldorf seit dem Trainerwechsel besser Fußball spielt, auch bissiger. So, das heißt, das sind alles Mannschaften, die normalerweise nicht unsere Qualität haben, de facto aber eine andere Spielsituation beziehungsweise einen anderen Lauf in der Liga haben. Und deswegen mahne ich und warne davor, denn ganz schnell kommen wir in diesen Strudel der Negativität, der normal ist. Denn natürlich ist doch klar, wenn beim nächsten Spieltag, da kann doch niemand sagen, naja, also jetzt hier am Sonntag, jetzt gegen Gladbach, da holen wir drei Punkte. Gladbach spielt momentan eine richtig geile Runde. Oh ja. Aber auch da muss jetzt was möglich sein. Und das ärgert mich. Und das ist nicht nur solitär das Spiel betrachtet gegen Leipzig, äh, gegen Leipzig, sag ich schon, gegen Leverkusen, aber es zeigt mir halt, dass der Bundesliga-Trend für die Eintag deutlich nach oben geht. Und da muss jetzt eine Lösung gefunden werden. Und wenn das der zweite Anzug nicht ist, dann muss ich halt den ersten durchbrutalisieren. Ja. Also ich stimme, Basti, zu. Ich glaube auch nicht, dass wir akut in Abstiegsgefahr sind. Halte trotzdem diesen, diesen Weckruf für mehr als angebracht. Und ich finde es eigentlich sogar doppelt ärgerlich, weil wie Basti schon gesagt hat, die Liga ist eigentlich nicht so schlecht. Und sagen wir mal, wenn du dich mal ordentlich am Riemen reißen würdest, du musst nicht mal die Sterne vom Himmel spielen, sondern einfach nur mal mit einer ordentlichen Prise Motivation Fußball spielen. Schau dir mal an, wie Köln nach oben gekommen ist. Dadurch, dass die anderen so schlecht sind, könntest du halt diese Saison wieder echt was holen. Aber nein, wir sind nicht nur der trottelige Kellner, sondern wir sind die Mutter von dem trotteligen Kellner diese Saison und schmeißen gerade den ganzen Laden um. Ja gut, so dramatisieren muss man es nicht. Ich finde, die kurzfristige Betrachtung hat Marvin recht, du musst aufpassen, dass du nicht unten reinrutschst, weil du auch nie weißt, was ist, wenn Bremen jetzt auf die Idee kommt, den Trainer zu wechseln, dann werden die auch. Und bei Düsseldorf sehe ich ähnlich. Düsseldorf hat sich gefestigt, die haben gute Leistung gezeigt. Du kannst halt tatsächlich nur damit rechnen, dass Paderborn safe weg ist. Und ganz ehrlich, und wenn selbst, Hinteregger hat es jetzt auch selbst gesagt, also eigentlich hatten wir immer das Gefühl, so aus der Mannschaft und dem Umfeld kommt immer so Beschwichtigung. Die sagen auch jetzt, es geht jetzt nur noch um den Klassenerhalt. Klar, den wirst du vielleicht irgendwie schaffen, dann musst du aber danach nochmal weiterreden. Aber kurzfristig gesehen, bringen diese Diskussionen nichts, sondern du musst jetzt gucken, dass du spätestens gegen Freiburg, dann einfach gewinnst. Und das ist dann Pflicht. Und dann hast du dieses Spiel. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob es dann wieder die Mannschaft das Gesicht zeigen wird, was sie in diesen K.O. Spielen zeigt. Wo es ja dann funktioniert, wenn sie weiß, okay, die muss jetzt, so wie so ein, wie wenn du halt weißt, okay, ich muss diese Klausur jetzt gut schreiben, damit ich versetzt werde, so. Genau. Du musst aber aufpassen, dass du dann nicht ständig deine Hausaufgaben vergisst, weil dann kriegst du vielleicht eine mündliche Note, die kackt ist, und dann ist doch wieder irgendeine Scheiße. Ja, du darfst jetzt nicht nur auf das eine konzentrierende Stimmen schauen. Du musst halt dann gegen Freiburg so tun, als wäre das ein Pokalspiel. Und dann ganz ehrlich, das müssen wir gewinnen. Die andere hat es bewiesen, die hat es gegen Augsburg dann auch geschafft. Dann hast du diese Punkte und dann holst du, wir haben jetzt, was haben wir, 28? Ja. Irgendwo müssen jetzt noch, keine Ahnung, acht Punkte her. Das ist machbar. Das ist auch jetzt nicht so, dass man denkt, ach du Scheiße, die Eintracht muss sich riesig strecken, aber die Eintracht muss sich halt einfach mal strecken, zu sagen, okay, das ist dann safe und dann kannst du immer noch gucken, komm ja vielleicht später zum Pokal, da hat sich nämlich diese Zockerei nicht gelohnt, so. Also klar, du hast jetzt Geld gemacht, aber du scheidest jetzt im Halbfinal aus aller Voraussicht nachher, sonst stehst du da so. Bin sehr, sehr gespannt, was da jetzt passiert, weil diese Pokalwettbewerbe müssen dir halt wirklich viel zurückgeben, als dass es sich lohnt, dass du die Liga auf diese Art und Weise vernachlässigst. Und das ist ja genau das, sorry, wolltest du noch was sagen? Nein, alles gut. Und das ist nämlich genau der Punkt und ich, weißt du, mir geht es doch darum, ich will es immer wieder betonen, weil ich kenne ja auch unsere Kommentatoren und weiß natürlich, was bei YouTube dann wieder unten passiert und so, wenn dann so gesagt wird, oh, ihr kritisiert so viel, darum geht es mir nicht. Also ich habe das eben nochmal ganz klar gestellt und ich stelle es nochmal klar, ganz klipp und klar, wenn ihr Eintracht 12. oder 13. wird und dann mit dem Abschneiden im Pokal bin ich mega zufrieden. Aber ich warne frühzeitig und ich weiß, dass jetzt erst der 26. Spieltag kommt, weil ich merke und mir vorstellen kann und auch aus der Vergangenheit der Frankfurt Eintracht durchaus gelernt habe, dass der Negativtrend noch folgen kann, der uns in einen bedrohlichen Strudel zieht. Ich will einfach, dass ihr Eintracht früh genug weiß, dass dieser gar nicht erst ankommen muss, sondern du eine andere Leistung auf den Platz jetzt bringst gegen Gladbach, dich anders positionieren. Es geht ja nicht mehr darum, dass du zwingend Punkte holst, sondern ich brauche eine andere Leistungsbereitschaft und ich muss gegen Gladbach sehen, dass die anders und wieder endlich mal wieder wollen. Ist doch klar, ey, Gladbach und Bayern sind die nächsten beiden Spiele. Da holst du, wenn es gut läuft, einen Punkt, wenn du Pech hast, hauen sie null Punkte. So, aber wenn du einen Punkt holst gegen Gladbach und du hast eine gute Leistung gezeigt, dann ist auch egal, was gegen Bayern ist und dann sind doch wieder die machbaren Spiele. Aber du musst dich auf dieses Niveau jetzt endlich mal bringen und auch dauerhaft in der Liga, weil du musst dann punkten gegen Freiburg. Du darfst dich nicht abschlachten lassen auswärts gegen Wolfsburg. Du musst sehen, dass du zu Hause gegen Mainz wieder die Bissigkeit zeigst, die wir schon oftmals gegen Mainz gezeigt haben. Da muss es jetzt um alles gehen und wenn das gut läuft, wenn diese Spiele, die ich gerade schon benannt habe, einigermaßen gut laufen, dann haben wir ja da schon vielleicht die notwendige Punktzahl zusammen, die Basti gerade gemalt hat mit sieben, was weiß ich, sieben Punkten und dann sind wir doch wieder relaxed. Ja, aber ganz ehrlich und das musst du auch machen, weil erinnere dich, erinnere dich dran, wie wir die ganze Zeit in der Hinrunde geredet haben und gesagt haben, hey, wenn wir jetzt gegen Paderborn und Köln gewinnen, ist eigentlich wieder alles in Ordnung. Ich habe keinen Bock, dass wir das jetzt in elementaren Fragen auch machen, sozusagen, ja klar, wir sind jetzt hier ein bisschen im Abstiegskampf, aber die letzten zwei Spiele gegen Paderborn und Köln gewinnen wir schon nicht holen. Nee, nee, ich wollte gerade sagen, da muss das schon safe sein. Ich will doch nicht im Entscheidungsspiel gegen Bremen, was ja irgendwo dann da hinten auch terminiert ist. Also wenn ich mir nach Köln fahren, will ich dem Axel die goldene Ananas mitbringen. Einfach so und sagen, hier, für euch geht es vielleicht noch was, für uns um nichts mehr. Also das muss das Ziel sein. Und dann kannst du immer noch schauen, wo du im Europapokal stehst, sondern so, aber so langsam funktioniert das auch nicht mehr, weil du jetzt, und ich merke es bei mir zumindest, als Fan schon darüber nachdenkst, zu denken, ja gut, vielleicht klappt es am Donnerstag jetzt wieder, dann freue ich mich. Aber gleichzeitig hast du immer größer im Hinterkopf, zu sagen, ja gut, aber das kann jetzt nicht für immer alles sein, sondern so ein bisschen Sicherheit in der Liga würde der Mannschaft wahrscheinlich auch ganz gut tun und würde auch der Planung gut tun. Stell dir mal vor, du bist jetzt durch irgendwelche, diesen Spielplan, bist du jetzt doch länger im Abstiegskampf, als du denkst oder kommst ja nochmal rein. Genau. Dann kannst du auch nicht wieder ruhig planen. Wenn die Saison jetzt wirklich noch geil und rund abgeschlossen werden soll, dann muss wirklich der Mittelplanplatz gefessigt werden, du musst im Pokal so weit kommen wie möglich und dann dieses Mal bitte frühzeitig auch anfangen zu planen, was im Sommer geschehen soll und nicht so gefühlt wie jetzt im Sommer, dass dann irgendwie viele merkwürdige Halb-Halb-Entscheidungen getroffen werden und das dann bei meiner Meinung nach nochmal, ich weiß, die Diskussion ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu früh, aber trotzdem, dieser Transfersommer wird maximal entscheidend, weil das der letzte sein könnte, wo die Eintracht ein bisschen über ihrem normalen Budget einkaufen kann durch diese Europapokaleinnahmen, durch vielleicht den einen oder anderen Verkauf. Danach sehe ich es erstmal nicht mehr, also danach sehe ich, ich sehe vielleicht noch Hinteregger und Kostic, die ein bisschen Asche bringen, ansonsten sehe ich es nicht, dass da viel da ist, wo man sagt, okay, da können wir weiter irgendwie Fundament bauen, deswegen dieser Sommer wird maximal wichtig und als Einleitung für diesen Sommer musst du jetzt einfach für Ruhe sorgen. Darf ich euch da mal eine Frage stellen, ihr habt jetzt gerade eben so schön drüber gesprochen, dass wir nicht bei den letzten beiden Spielen es um die letzten wichtigen sechs Punkte noch geben darf, glaubt ihr denn, dass wir noch mehr als einen Spieltag in dieser Bundesliga-Saison sehen werden? Also du meinst mit Zuschauern oder was? Nein, ich meine generell, weil meine Vermutung, ganz ehrlich, ist, dass die nach dem nächsten Spieltag das Ding einfach als beendet erklären. Nö, glaube ich nicht. Also da weiß ich nicht. Kein Absteiger und Dings und dann eine Saison aussetzen, oder was? Du meinst, wie in der Eishockey-Liga habe ich doch irgendwas gesehen gehabt, die haben jetzt gerade eben den Stecker gezogen. Ich verstehe das. Ja. Ich verstehe das. Glaube das auf jeden Fall nicht der finanzielle Motor der Bundesliga. Man muss, also wenn du das Thema jetzt schon ansprichst, dann müssen wir das natürlich jetzt breiter diskutieren, denn hier gibt es sehr, sehr viele finanzielle Interessengruppen und man merkt die, wie soll ich sagen, man merkt die Geldgeilheit der DFL natürlich auch daran, dass sie jetzt ja immer noch keine klare Entscheidung getroffen haben, die Spiele zumindest ohne Fans stattfinden zu lassen, tatsächlich, weil das natürlich auch für die ein Motor ist, wenn es um Einschaltquoten und so weiter und so fort geht. Mein persönlicher Ansatz wäre tatsächlich zu sagen, man lässt diese ganzen Spiele auf jeden Fall stattfinden, aber halt wahrscheinlich sogar ohne Fans, aber dann, wenn du diese Entscheidung treffen kannst, auch wenn es leere Stadien sind, aber dann hast du zumindest die Leute befriedigt, die du an den Fernseher fesseln musst, also wahrscheinlich wären es dann sogar mehr, Sky freut sich dann vielleicht über den einen oder anderen Neuabonnenten und so weiter und so fort, das könnte für die dann auch eine Win-Situation sein. Du hast da dementsprechend deine Kunden befriedigt, auch wenn es natürlich, es gibt keine Atmosphäre und so weiter, darüber können wir auch gleich noch sprechen, aber ich glaube, für mich der Mindestkonsens könnte und sollte vielleicht sein, zu sagen, wir spielen die Liga zu Ende, weil ich glaube, sie nicht zu Ende zu spielen zu lassen, sorgt für noch mehr Trubel, den du dann nicht mehr wieder eingefangen bekommst und stattdessen halt einfach sagst, du lässt die Fans außen vor. Das ist so meine Zwischenlösung. Bin aber auf eure Ansichten gespannt. Also ich gehe davon aus, dass wir jetzt die nächsten Monate oder nächsten Wochen erstmal auf dem Fernseher nicht ins Stadion dürfen, aber ich glaube, sie spielen trotzdem. Ich glaube, das wird irgendwie zu Ende geführt. Also das jetzt komplett eingestellt, kann ich mir nicht vorwenden. Also das Gleiche wie der Marvin, denke ich auch. Ja, und Basti, also es ist ja im Endeffekt dann diese Geisterspielgeschichte. Ich denke tatsächlich, dass es darauf rauslaufen wird. Ich bin aber tatsächlich gespannt, wie das, ja, ich sag mal, es muss halt mal eine übergeordnete Regelung her, denn, dass du natürlich dann auch Wettbewerbsverzerrung teilweise hast, der und der spielt mit dem Heimspiel mit voller Kulisse, der und der muss dann doch wieder Geisterspiel, keine Fans, das bringt nur Unruhe rein. Also es muss dann auch eine übergeordnete Regelung von DFB und DFL her, zu sagen, okay, tut uns leid, wir steigen jetzt hier ein, und sagen, ab jetzt werden alle Spiele ohne Zuschauer bestritten, weil ich kann schon verstehen, dass sich Leute aufregen und dann sagen, was ist denn das hier für ein Käse, ihr tragt jetzt noch eure Heimspiele im Endeffekt, habt ihr ausgetragen, hattet da eure Fans, hattet den Vorteil, wir haben jetzt vielleicht den, ja, wir hätten jetzt den Heimvorteil, können aber im Endeffekt nicht auf unsere Fans zählen, weil im Endeffekt die ausgesperrt werden, ist schwierig, muss aber dann jetzt auf jeden Fall auch nicht so ein Stückelwerk, das da darf, da darf nicht, dann muss es jetzt wirklich ab nächsten, übernächsten Spieltag wirklich so sein, generell, wir verzichten drauf, dass die Fans ins Stadion dürfen und machen das als Geisterspiele. Fertig, da bin ich, Marvin, und du hast völlig recht, ich finde es auch krass für, ich weiß jetzt gar nicht, wie das von der Vermarktung her, wie das dann auch mit Rechten ist, was hat das an Folgen, wer kommt dafür auf, was passiert dann eigentlich, wie ist das dann auch natürlich für die Mannschaften, die jetzt gerade aufsteigen würden, wenn du jetzt die Saison beendest, kannst du ja nicht sagen, wir frieren den Stand jetzt ein und jetzt steigen die ab und die anderen steigen auf aus der zweiten, es würde total den Wettbewerb verzerren und das ist, glaube ich, eine Situation, das musst du jetzt fertig bringen, wir haben, ja, sozusagen jetzt müssen sie in den sauren Apfel beißen und das noch sauber runterspielen, es muss nur eine allgemeine Regelung, die auch frühzeitig kommuniziert wird und ich glaube, dann können die Leute auch damit leben, nur dieses Hickhack und dieses alle machen was Einzelnes, ich glaube, das kotzt jeden an und das ist ja auch, da spreche ich mir sicherlich auch nochmal drüber mit dem Donnerstag jetzt, das Heimspiel und so weiter, war jetzt auch, was für ein Hickhack und ob es dann wirklich so ist und was da für Regelungen dann getroffen werden, also super schwierig, es muss einfach eine klare Linie rein, es muss eine klare Kommunikation her und ich glaube, dann kann am Ende auch jeder damit leben, weil jeder weiß auch, okay, dämlicher Virus muss was gemacht werden anscheinend und dann ist es so, aber alle müssen die gleichen Gegebenheiten und Voraussetzungen haben und ich denke, dann können damit die Leute auch leben, das jetzt noch mit Geisterspielen fertig zu spielen. Ja, ja, sehe ich genauso, aber bleiben wir doch mal bei der Thematik, weil ich finde das natürlich jetzt schon extrem spannend, insofern, dass wenn wir jetzt mal überlegen, dass das wirklich stattfindet, ne, dass wirklich diese Geisterspielsituation uns die nächsten Spiele vielleicht bis zum Ende der Saison begleitet, ähm, ich, sorry, wenn ich die Frage jetzt vorweg nehme, vielleicht wolltest du die auch stellen, René, aber ist dann die Ausgangslage für die Eintracht nicht eine ungleich schlechtere? Persönlich, wir gleich kommen, also, gleich könnt ihr euch äußern, weil ich habe das Gefühl, dass die Eintracht ohne Fans eine Nummer schlechter ist, als wenn in ihrem Hintergrund, in ihrem Rücken eben jene lauter Stimmung machen. Also ich habe ehrlich gesagt, und das kennen wir von der Eintracht ja, dass die Mannschaft nicht so krass die Qualität hat, wenn sie gar keine Fans im Hintergrund hat. Oder sehe ich das zu, sehe ich das zu einseitig? Also was macht ihr? tust du nicht. Ich habe ja auch schon mehrmals in der Saison, in unseren Folgen immer wieder gesagt, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sie diese Motivation von außen braucht oder halt zumindest diesen Wettbewerb, dass die Mannschaft diesen Wettbewerbscharakter braucht, zu wissen, okay, das ist jetzt so ein Du-or-Dai-Spiel, um sich dann zu motivieren. Und ich meine, wenn du auf die Tabelle guckst, wir sind auswärts grottenschlecht, aber da, wo wir halt viele Fans haben, nämlich im Heimstadion, da sind wir echt solide unterwegs. Und das sehe ich schon als ein Stück weit Schwierigkeit für diese Mannschaft, die irgendwie diese Motivationsprobleme hat. Und wenn du dann noch irgendwie leere Ränge hast und keinen hast, der dich da von außen irgendwie mal so ein bisschen anstachelt, dann wird das echt schwer. Basti, was meinst du? Ich glaube tatsächlich, dass Mannschaften wie die Eintracht, nicht nur die Eintracht, da gibt es ja auch mehrere. Ich glaube, Bremen zum Beispiel, für Bremen ist das noch mehr eine Katastrophe, weil die hängen ja ganz unten drin. Was meinst du, was sich die Bremer jetzt ärgern? Erst wird dieses eine Spiel wegen dem verlegten Euroleague-Spiel abgesagt und dann müssen sie im schlimmsten Fall das Nachholspiel zu Hause ohne eigene Fans austragen. Da sehe ich doch schon weder den Kohfeldt und Konsorten doch schon wieder platzen vor Wut. Sorry. Ja, aber gut, jetzt mal das einzelne Spiel weg, ganz ehrlich. Bei Bremen, die sollen sich jetzt mal nicht wegen dem Einspiel in die Hose machen, aber es ist tatsächlich für Mannschaften wie Bremen, Eintracht natürlich so, dass auch gegen Ende der Saison, Bremen hat das ja tatsächlich auch schon bewiesen, die verbinden sich da mit ihren Fans und dann tragen diese Fans die quasi durch den Abstiegskampf. Das haben wir ja schon zwei-, dreimal bei denen gesehen. Ja. Das fällt jetzt bei denen weg. Ja. Also du hast natürlich einen Faktor für die Mannschaften, die auf die Fans angewiesen sind, in Anführungszeichen, die haben auf jeden Fall einen Nachteil. Also das sehe ich definitiv so. Das wird so sein. Mannschaften, die es vielleicht eher gewohnt sind und ich weiß, dass jetzt auch alle Witze darüber machen, aber man muss ja tatsächlich im Ernst darüber sprechen. Mannschaften wie Wolfsburg und Hoffenheim haben natürlich einen Vorteil, weil bei denen, die sind nicht darauf angewiesen, weil die es halt nicht sein können. Die spielen ihre Heimspiele vor ruhigen Kulissen, so einigermaßen. Also das ist auf jeden Fall nicht so, dass du da kannst. Klar sind da Zuschauer, aber du kannst mit Sicherheit nicht sagen, boah Hoffenheim, die haben die letzte Saison sechs Punkte mehr geholt, weil die so ein Heimpublikum haben oder die holen auswärts so viele Punkte, weil da immer so viele Leute mitfahren. Das ist ja definitiv bei denen nicht der Fall. Das heißt, die mussten sich vorher da schon noch drauf einstellen. Für die wird sich da tatsächlich zumindest auswärts gar nichts ändern, weil meine Güte, die auswärts haben die eh mal alleine gespielt, Wolfsburg auch. das ist für die vom Vorteil. Ich sehe tatsächlich nur so, für die Eintracht darf es trotzdem kein Ausrede sein. Sorry, die Eintracht muss in der Lage sein, aus diesen letzten Spielen, die jetzt aus den sieben Punkten zu holen, um dann safe drin zu sein. Ich beiß mir seit fünf Minuten auf die Lippe, um diesen Vergleich mit irgendwie, Wolfsburg spielt sowieso immer in Geisterstädten nicht zu bringen und du hast den einfach gebracht. Großartig. Vielen Dank. Nein, aber ich wollte den ganz, das ist ja jetzt auch ein ausgelutschter Witz schon so. Also dieses Ha-Ha-Ha. Er ist trotzdem gut. Ja, aber ich meine, Marvin hat uns ja ernsthaft gefragt und ich sehe tatsächlich auch ernsthaft einen Nachteil für Mannschaften, die vor lauten Fans spielen. Ja, klar, das wird echt schwierig. Es ist echt so, es ist echt so eine schwierige Situation. Ich will auch nicht mehr Hau-Tippen. Ganz kurz, bevor ich das vergesse, sorry, kommt natürlich auch, bevor jetzt die Leute sagen, ja, gegen Jonas, so gesagt, der Protest war okay, ja Leute, ein Spiel. Es geht tatsächlich darum, wenn das Szenario aufgemacht wird, dass es bis zum Saisonende ist. Wenn die Eintracht jetzt zwei, drei Spiele ohne Zuschauer macht, dann würde ich sagen, komm, gegen Gladbach, Bayern hätten wir sowieso nichts geholt und dann vielleicht gegen Freiburg sind die Fans wieder da, so, dann ist was anderes. Wenn es aber wirklich bis zum Ende der Saison geht, wird das Spiel, die Eintracht auf jeden Fall, negativ sich auswirken. Das sind auch schräge Querverweise tatsächlich. Also wenn jetzt Leute ankommen mit dem Einspiel, da wusste die Mannschaft, um was es geht und wusste auch gleichzeitig, hat es ja trotzdem irgendwie nicht geschissen. Das war eine kalkulierte Situation, das haben wir eingeplant. So, wenn jetzt reden wir aber eben nicht von einem Spiel, sondern von den verbleibenden Acht-Liga-Spielen, da sieht das halt komplett anders aus. Ja, also das ist, und da kommt auch nochmal eine andere Dynamik zum Tragen. Wir kennen alle die Endspieldynamik auch der letzten Spieltage, wo es wirklich um alles geht, wo du wirklich das Gefühl hast, ach, scheiße, jetzt müssen wir hier nochmal, jetzt zieht und wo dann auch bei uns, auch wenn die es dann teilweise ja trotzdem auch nicht hinbekommen haben, oder so spezielle Momente, ein 2 zu 2 gegen Wolfsburg, was uns die Qualifikation in den Europacup zuletzt mal eingebracht hat. Ihr erinnert euch noch, die Tore, die eigentlich mehr reingeschrien wurden, als dass hier wirklich gespielt wird, das sind Situationen, die kreierst du nicht in einem luftleeren Raum, in einem Stadion, wo keine Leute sind. Also das sind genau diese Spielsituationen, die sich komplett verändern. Also ich, das ist natürlich auch eine Sache, wenn du jetzt Tabellen im Zehnter jetzt schon bist oder so, oder was weiß ich, keine Ahnung, wenn du jetzt momentan irgendwie, naja, so relaxed, dir keine Sorgen mehr machen musst, wie Freiburg beispielsweise. Freiburg hat jetzt 36 Punkte. Ich glaube, wir sind uns alle einig, die werden jetzt diese Saison nicht mehr absteigen. Da, für die ist das ganz relaxed. Natürlich können die nach oben aufrücken, aber ob die jetzt wirklich noch die oberen Plätze so sechs oder so belegen, da bin ich eher mal skeptisch. Aber die können jetzt natürlich relaxed die Saison zu Ende spielen. Aber alle, die da unten noch so was zu melden haben und gleichzeitig aber auch irgendwie eine Befürchtung haben, für die geht es ja um was und die brauchen auch so ein bisschen die Emotionalität. Und wenn die nicht da ist und wenn die auch bei Union nicht da ist, will ich auch mal sagen, Union wird auch seine Probleme bekommen. Oh ja. Oh ja. Ja, sehe ich auch so. Aber wie Marvin sagt, das ist tatsächlich so, da reden wir über den Bundesliga-Dings, Bundesliga-Faktor. Das ist das allgemein schweres Thema, was wir jetzt machen. Also ich finde tatsächlich, was jetzt mal ziemlich schnell klar gemacht werden muss, dass für alle gleich ist so. Also dieses, dass du jetzt ständig nur, dass jetzt die ständig Pressekonferenzen einen Tag vor dem Spiel abgehalten werden, wo der eine sagt, der entscheidet, der eine. Da müssen die sich jetzt alle zusammenhaken und sagen, so Leute, was machen wir jetzt so. Und da kann es tatsächlich auch aktuell im Stand nur eine Lösung geben, zu sagen, wir müssen jetzt zumindest mal, damit man zumindest mal Ruhe hat für drei Wochen, sagen, okay, bis Ende März ist hier keine Zuschauer mehr erlaubt. fertig. Und dann kannst du immer nochmal neu schauen. Das ist halt das, was mich am meisten an dieser ganzen Situation gerade wieder aufregt, ist, dass alle die, die diese Entscheidung treffen könnten, diese Verantwortung von sich schieben. Eine Regierung, die da ja irgendwas entscheiden könnte, macht es nicht, sondern spricht irgendwelche komischen Empfehlungen aus. Eine DFL versucht irgendwie, diese Geldkuh so lange zu melken, wie es irgendwie geht und versucht irgendwie, die Verantwortung wegzuschieben. und die Vereine können ja in der Situation auch nichts ändern. Also, es ist halt echt nervig ohne Ende. Eine kurze Frage an euch, wie steht ihr denn zu dem Thema, es hieß ja, dass vielleicht die, die Bundesliga-Saison sozusagen ein bisschen pausiert und dann ein Stück nach hinten geschoben wird. Also das heißt, dass wir den Mai mehr ausreizen. Ich glaube, wir durch die EM, hören wir ja Mitte, Mitte Mai, ist der letzte Spieltag. Genau, und da sind ja Überlegungen, ich glaube, für uns, für die Eintracht, wäre es im Endeffekt, jetzt weiß ich nicht, ob es ein, ja, ich finde es keinen Nachteil, wenn du jetzt noch hinten raus ein paar mehr Spiele machen willst, dafür jetzt eine Entruhepause oder seht ihr das komplett skeptisch wegen, ach, die sollen sich auf die, ja, ich sage jetzt mal, die sind dann mit der Konzentration so bei ihren Nationalteams schon, da haben sie keine Lust mehr und die brauchen Regeneration, die können sich dann nicht motivieren. Wir haben ja doch auch einige in unserer Mannschaft, die dann international spielen werden. Wie seht ihr das denn? Seid ihr eher dann für, nein, prügelt das jetzt im Endeffekt, wie ihr sagt, mit Geisterspielen durch bis Mitte Mai oder sagt ihr, auch wenn es eine Möglichkeit gibt, dann eine kleine Pause zu machen und dann vielleicht hinten Temperatur ein bisschen wärmer, angeblich ja nicht mehr so die Ansteckung, vielleicht dann auch wieder mit ein paar Fans im Stadion, ist ja dann immer noch die Möglichkeit, dass sich das alles wieder nach hinten raus entspannt. Wie seht ihr das denn? Ist das denn was, was für euch total weit weg ist oder ist das was, wenn es funktionieren würde, seid ihr sofort dabei? Ich muss sagen, ich würde es durchprügeln, glaube ich, weil das mir zu ungewiss ist. Also du weißt es ja nicht. Das mit dem Sommer hat sich ja auch schon wieder erledigt, glaube ich. Also es gibt Erkenntnisse, die sagen, das hat mit den Temperaturen gar nichts zu tun. Keine Auswirkung. Deswegen musst du halt gucken, wie du es jetzt einigermaßen sauber über die Bühne kriegst. Im Endeffekt werden wir eh nicht verhindern, dass wir das alle kriegen, außer wir müssen halt verhindern, dass wir das alle auf einmal kriegen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt noch gemacht werden kann. Was auch zwingend notwendig ist, wegen man ja die ganze Schose macht, um eben zu gucken, dass das Gesundheitssystem nicht noch mehr überlastet wird. An der Stelle, das ist das Einzige, was du hast. Du musst das Ding über anderthalb bis zwei Jahre strecken. Anders da, falls hast du ein ernsthaftes Problem. Wenn das jetzt so gemacht werden muss, ich glaube, dann sind auch alle bereit, die Maßnahmen zu tragen. Die Maßnahmen müssen halt nur kommuniziert und ergriffen werden. Das sehe ich jetzt noch nicht so. Ich habe irgendwie das Gefühl, die warten jetzt halt und gucken, was passiert und sagen, okay, jetzt sind es nicht genug, jetzt können wir noch spielen. Weil keiner Bock hat, die Verantwortung zu übernehmen, weder dafür noch dagegen. Und das kann ich nicht verstehen. Aber der letzte Satz ist ja Quatsch. Tatsächlich. Ich meine, wenn du sagst, eine Verantwortung, dann hätte ich ja persönlich eher, wenn ich uns entscheiden müsste, eher ein Problem, dass ich zu spät sage, oh Gott, jetzt machen wir es. Oder beziehungsweise lassen wir die Fans raus. Weil da ist es doch fast sinnvoller, lieber früher zu sagen, okay Leute, wir wissen, also in Frankfurter Raum, keine Ahnung, jetzt mal rein theoretisch, da geht es ja noch einigermaßen ab. Wir sagen es lieber ab, beziehungsweise wir lassen das Spiel stattfinden ohne Zuschauer, weil wir wollen auf Nummer sicher gehen. Ist für mich der ganz klare Ansatz. Ich kann tatsächlich, ich meine, wie gesehen, alle keine Ärzte. Aber ich denke, und wir haben das vor ein paar Wochen empfohlen und ich glaube, jeder von uns hört es mittlerweile regelmäßiger oder weniger regelmäßig, den guten NDR-Podcast, der sich zu dem Coronavirus im Endeffekt relativ breit austauscht. Und auch da, ich meine, egal wie man dazu steht, weil ich muss auch, ich bin auf solche Informationen angewiesen, weil ich selber über keinerlei medizinisches Wissen verfüge. Ich habe überhaupt kein Pein. Ich kann mir nicht anmaßen, das jetzt hier zu entscheiden. Ich glaube aber, wenn wir auch nach den Sachen gehen, die dort erläutert werden, ist es einfach der sinnvollere Akt, zu sagen, man sagt lieber früher, genau diese großen Spiel-Up oder diese großen Gatherings für ein paar Wochen, wahrscheinlich für ein paar Monate, um genau das Einzelt, was du eben gerade richtig gesagt hast, René, damit halt nicht alles zur gleichen Zeit bekommen. Ja, aber es sind halt unpopuläre Entscheidungen. Du machst dir halt als DFL dein Image noch mehr kaputt, was du irgendwie nicht willst und du machst dir halt auch als als Partei, wo du eventuell wiedergewählt werden willst, später in diesem Jahr, wenn irgendwie große Landtagswahlen oder sonst irgendwas sind, machst du dir auch dein Image kaputt. Aber warum, was machst du denn kaputt? Also ich meine, bei allem Respekt, was machst du denn kaputt, wenn du sagst, wir gehen auf Nummer sicher, für uns steht eins ganz oben, dass der Fan gesund bleibt. Wenn ich das so kommuniziere, die Gesundheit des Fans im Verlauf der nächsten Jahre ist uns wesentlich wichtiger, als jetzt das durchzuprügeln, damit wir ein paar Zuschauer im Stadion haben, die nachher erkrankt werden. Wenn du das so kommunizierst, ist doch jedem damit geholfen und jeder versteht oder die 70 Prozent verstehen und sagen, nee, okay, dann bleibe ich lieber zu Hause, guck mir das Spiel an, wenn gleichzeitig auch klar gesagt wird, wir können aber im Gegensatz dazu beziehungsweise wir sagen die Spiele für Fans ab, es können keine Fans rein, aber dafür machen wir die Verfügbarkeit der Spiele noch besser, wir gehen auf einen Notfallplan, damit ihr das alles verfolgen könnt, bla bla bla, ein bisschen was ausdenken, ein bisschen kreativ werden und dann hast du überhaupt keinen Vertrauensverlust, sondern dann hast du, je nachdem, wer das koordiniert, wer das dann auch durchbringt, hast du sowohl einen Vertrauensgewinn von den staatlichen Institutionen wie der Videopolitik, sag ich mal, und von der anderen Seite, auch von der DFL, die vielleicht, sag ich mal, auf ein rechte Paket oder auf teure Rechte ein bisschen verzichtet, die vielleicht ein bisschen einschränkt und damit die Verfügbarkeit der Live-Spiele oder so ein bisschen erweitert, keine Ahnung, da gibt es so viele Möglichkeiten, man könnte aber ein bisschen kreativ werden und dann hast du nicht nur einen Vertrauensverlust, sondern einen riesen Vertrauensgewinn und gleichzeitig haben die Fans auch das Gefühl, da kümmert sich jemand um uns und will nicht nur unser Geld haben. Wäre ich voll bei dir? Der Punkt, ja. Leider sehe ich diese Art und Weise des Umgangs mit dem Thema momentan nicht, aber vielleicht überraschen sie uns ja und kommen morgen mit einem ganz spannenden Ding um die Hecke. Ganz kurz noch, weil Dennis gerade eben das Thema mit hier, wir machen mal drei Wochen Pause und schieben das Ding nach hinten. Es scheint wohl so zu sein, dass verschiedene europäische Fußballföderationen die UEFA angefragt haben, ob sie die Euroleague nicht, die EM nicht um ein Jahr auf 2021 ausgegebenen Gründen verschieben wollen. Das könnte natürlich dann nochmal hinten raus das Ganze so ein bisschen entzerren. Mhm. Okay. Interessanter Ansatz. Weiß nicht, wie die Machbarkeit ist, aber... Tja. Könnten die Stadien vielleicht auch noch in Ruhe irgendwo fertig gebaut werden. Gut. Also, soviel zum Thema Bundesliga. Ich glaube, was bei diesem Thema tatsächlich jetzt zusammenfassend gesagt werden muss, wie Marvin es gesagt hat, wir wissen es alle nicht. Ja. Wir sind es alle nicht und sind hier darauf angewiesen, dass die Leute, die da was zu entscheiden haben, das machen. Und wir können ja nicht sagen, ey, wie bei anderen Dingen, ey, das könnte man so oder so machen, sondern ich habe keine Ahnung, was man jetzt machen muss. Aber hier, Pasti, aber auch hier nochmal die Bitte, bitte mal klar kommunizieren und es muss jetzt eine Entscheidung her. Und das war ja auch der Tenor, den wir hier getroffen haben. Bitte entscheidet euch und gebt eine, einen Fahrplan für alle gleich raus, dass mit keiner benachteiligt wird, sich keiner beschweren kann. Denn das ist ja momentan, dass die einen heulen, ich darf ohne, die dürfen wieder mit und dann werden die Spiele wieder da ausgegangen. Also das ist doch scheiße. Und diese Unruhe könntest du sofort unterbinden, indem du eine klare Aussage machst. Und das ist einfach das, was ich ein bisschen vermisse. Und diese Aussage bitte auch mit einem gewissen Vorlauf und nicht immer so, wir überlegen uns bis Freitagmorgen, was wir mit dem Bundesligaspieltag machen, sondern jetzt einfach mal Ansage für die nächsten Wochen, weil da wird ja noch, das Ding wird ja nicht irgendwie übermorgen verschwinden. Davon können wir glaube ich nicht ausgehen. Genau, aber, und nochmal jetzt ganz kurz, ein abschließender Punkt vielleicht noch. Und das fand ich ganz gut. Ich glaube, der Rettlich hatte das vorgeschlagen und da war ich erst ein bisschen irritiert. Ich habe gedacht, nö, was meint er jetzt damit? Finde aber, wenn man das ein bisschen umwandelt, durchaus eine interessante Überlegung und zwar die Frage, inwiefern wir dann Ausgleichszahlungen oder so haben, aber mir geht es ja nicht um die Bundesligisten und auch nicht um die Zweitligisten. Die müssen das so tragen, also bei allem Respekt, wenn die so schlecht wirtschaften, dass die letzten paar Spiele halt für die so komplett einreißen, ich kann es nachvollziehen, aber wir müssen uns um die Dritten und die Viertligisten, um die müssten wir uns tatsächlich kümmern. Und da müsste es irgendwelche Ausgleichszahlungen geben, weil wir können auch nicht sagen, ja okay, also erste Zweitliga, da dürfen die Fans nicht rein, aber in so einem Hexenkessel wie bei Kaiserslautern, die auch richtig auf ihre Fans angewiesen sind oder auch Mann haben und so weiter und so fort, die lassen wir jetzt im Regen stehen. Auch da müsste es irgendwelche Möglichkeiten geben, da hoffe ich, dass es da, also da muss auch irgendwie eine Lösung gefunden werden, weil die brauchen das Geld. Ich glaube, da macht die Einnahme, die Zuschauerinnahme viel mehr aus. Keine Ahnung, ich habe mal eine Zahl von 40 Prozent gelesen, die ist ja extrem relevant im Vergleich zu den, was weiß ich, fünf oder zehn Prozent bei Bundesligisten. Also auch das ist so ein weiterer Stretch. Schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Dann lass uns doch mal bei schwierig, schwierig bleiben. Am Sonntag gab es da noch eine Auslosung für den DFB-Pokal und wir haben auch da wieder mal ein sehr glückliches Händchen bewiesen bei den Dingen, die wir uns so zulosen lassen. Das Los fürs Halbfinale ist der FC Bayern geworden mit einem Spiel in München. Frage, ob mit Fans oder ohne, es ist exakt drei Tage angesetzt, nachdem die derzeitige Frist für Spiele ohne Fans quasi abläuft. Fraglich, inwieweit das stattfindet dann, also mit Zuschauern stattfindet oder nicht. Basti, du hattest vorhin gesagt, es ist davon auszugehen, dass wir dann im Halbfinale ausscheiden. Gehe ich fest von aus, tut mir leid. Klar kann man sich das dann, wenn kurz das Spiel immer näher kommt, wird man sich irgendwelche Szenarien im Kopf zurecht basteln, die dann vielleicht doch dafür sprechen, dass man es schafft, aber realistisch gesehen kann man sagen, trotzdem erfolgreiche Pokalsaison, aber im Halbfinale ist wahrscheinlich ein Nullgelände. Es ist ganz ehrlich, das war das schlecht. Kann ich nur an das Pokalfinale erinnern, Basti. Da hat auch jeder gesagt, das wird nix. Ja, vielleicht muss Marvin zu mir auf die Couch kommen vor dem Spiel nochmal. Du, ich sag dir mal eins, wenn wir bis dahin die Liga relaxed gehalten haben, dann kommt der Motivator wieder raus. Also wenn ich dann sehe, dass das dann unser einziges Problem ist und wir bis dahin eigentlich schon ein bisschen safe sind, ja dann können wir uns nochmal ganz neu motivieren. Und ich glaube, das wäre für die Mannschaft auch durchaus möglich. Vielleicht sogar ohne Fans, vielleicht kann das halt sogar ein Vorteil sein für die Eintracht auswärts. I don't know. Also da gibt es dann schon gewisse Szenarien, die in meinem Kopf herumschwirren, bei denen ich mir vorstellen kann, dass es sinnvoll oder gut funktioniert. Aber davon musst du in der Liga erstmal laufen und ganz ehrlich, das Los ist schon beschissen, weil, überleg dir mal, Finale, wenn ich jetzt kätzerisch bin oder wenn ich jetzt realistisch bin und sage, okay, das Wunder von Saarbrücken wird im Halbfinale beendet, dann ist es natürlich dramatisch, dass im Finale im Leverkusen steht, die bei realistischer Betrachtung im DFB-Pokal zu Hause mittwochs oder Donnerstag, Mittwochs war das, glaube ich, also auf jeden Fall unter der Woche noch nicht mal ihren scheiß eigenen Laden gegen Union Berlin vollbekommen. Ja, was sind das denn für Leute, dann fährst du nach Berlin und Leverkusen kriegt noch nicht mal das eigene Stadion, also die eigene Stadionhälfte voll. Also was ist doch so scheiße. Also insofern, die Auslosung ist echt ungünstig. Die Bayern hätten auch gegen Bayer gewinnen können tatsächlich und dann hätten wir uns im Finale wieder getroffen, dass die Neuauflage im DFB-Pokal, das hätte ich ein bisschen lustiger gefunden. Naja. Dazu ist leider nicht mehr viel mehr zu sagen. Es ist einfach schade. Es ist wirklich, ich bin tatsächlich leider auch etwas demotiviert. Basti, ich gehe da aber nicht ganz mit, muss einfach mal gucken, ob es dann, wie auch die Eintracht zu der Zeit dann wieder ein bisschen drauf ist. Ich habe ja heute gelesen, Bas Dost ist vielleicht sogar schon, falls ein Rückspiel stattfinden soll. Das findet ja nicht in der Euroleague in Basel statt, aber vielleicht irgendwo anders. Ist er vielleicht schon eine Option? Also für mich ist das ja hier der neue Retter der Eintracht. Erst Halbfinale und dann im Finale der große Goalgetter. Nein, wie gesagt, müssen wir einfach mal gucken. Es gibt auf jeden Fall immer wieder Platz für neue, schöne Geschichten und warum dann nicht mit dem Halbfinale? Das ist tatsächlich was, ich gehe da mit Marvin mit, wir müssen uns auf jeden Fall die Konstellation, die Los-Konstellation bietet natürlich umso mehr Potenzial dafür zu sagen, konzentrier dich auf jeden Fall auf die Liga, denn über den Pokal sich für Europa oder sonst irgendwas zu qualifizieren und dadurch dann einen super Abschluss zu haben, ist natürlich umso unrealistischer geworden durch das Los. Es ist eine Sache, es wird super schwierig, aber wir haben bis dahin auch noch so viele Bundesligaspiel, dass wir uns darauf erstmal konzentrieren müssen und haben wir ja schon gesagt, also das sind auf jeden Fall noch einige Partien, die da gespielt werden müssen und vielleicht sind wir gerade in einem Flow und dann kommt München zur richtigen Zeit, dann spielen wir vielleicht ohne Zuschauer in München, dann ist vielleicht was drin, schauen wir mal. Aber das ist ja noch so lange hin, da werden wir noch das ein oder andere Wort kurz vorher in der entsprechenden Sendung hierzu niederlassen und dann passt das schon. Also jetzt noch fünf Bundesligaspiele und mindestens ein Euroleague-Spiel davor, bevor wir über dieses Pokalspiel sprechen. Kommen wir zu dem Thema Euroleague-Spiel, weil wir es gerade eben schon hatten. Diesen Donnerstag 18.55 Uhr zu Hause. Es gab jetzt gerade eben die Meldung, dass das Spiel stattfindet, auch mit Zuschauern, dass es aber Auflagen geben wird, die erst morgen im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Das ist auch die Frage, was das dann für Auflagen sind. Das Rückspiel am 19.03. ist ja derzeit komplett abgesagt und es gibt glaube ich auch noch keinen festgelegten Nachholtermin. Zumindest hatte ich bis gerade eben noch nicht gesehen, dass da was feststand. Soweit ich das verstanden habe, wird unter anderem ja auch geprüft, ob das Rückspiel nicht auch in Frankfurt stattfinden könnte. Oder in Straßburg oder Freiburg oder was weiß ich. Also das sind einige Szenarien, die da, also es wird wohl definitiv nicht in Basel stattfinden. Genau. Aber der Termin 19.03.03.0 ist glaube ich so noch gar nicht ganz vom Tisch. Ja. Wenn ich es richtig verstanden hatte. Ansonsten haben wir natürlich diese ganze Auflagengeschichte, ist natürlich echt interessant, weil wenn ich da lese, dass bei manchen anderen Spielen jetzt schon die Auflage waren oder die, ich nenne es jetzt mal Vorschläge, damit man sich schützt, drehen sie sich, drehen Sie den Ordnern bei der Kontrolle den Rücken zu und husten Sie bitte in Ihre Armbeuge. Dann ist das natürlich eine tolle Empfehlung. Und waschen Sie sich nach dem Toiletten, geht die Hände, ist ja großartig. Ja, oder benutzen Sie auf jeden Fall Desinfektionsmittel, was vor der Tür aufgestellt ist. Das sind natürlich alles ganz nett gemeinte Tipps, aber sind wir ehrlich, das ist schwierig. Schau mal einfach mal, was da morgen kommuniziert wird. Basti, Marvin, ihr müsst leider jetzt raus. Was ist so euer letzter Satz zu dem Ding am Donnerstag und zu dem Rückspiel in der Euroleague? Ich bin ganz froh, dass ich da jetzt nicht drüber sprechen muss, weil ich selber für mich noch gar nicht entschieden habe, ob ich hingehen will, kann, muss. Ich bin gespannt, was da morgen entschieden wird, weil es ist ja tatsächlich auch so, dass man für sich selber entscheiden muss, ob man das Risiko eingehen will. Das kommt noch erschwerend hin. Weil das ja trotzdem ja auch ein gewisser Egoismus ist. Es ist ganz, ganz schwierig. Ich habe da für mich noch gar keine Entscheidung getroffen, werde ich mit in den Schlaf heute nehmen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich noch gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß nur, dass ich Marvin morgen sehen werde und das freut mich. Der Rest ist keine Ahnung. Ja, nicht die Hand. Wir werden die Entscheidung auch definitiv zusammentreffen, weil es fällt dann auch darin, wie wir mit Fußball 2000 am Donnerstag umgehen. Also ich glaube, ja, wir werden die Entscheidung zusammentreffen und dann einfach mal schauen. Ich habe echt kein Gefühl. Die Saison der Eintracht bleibt merkwürdig, ja, für mich. Und trotz, aber mit extrem vielen Hochs und ich lebe diese Mannschaft zum Teil und bewundere ihre Leistungen bei Auswärtspartien international oder zu Hause. Aber gleichzeitig macht sie mich auch ein bisschen fertig. Deswegen, vielleicht findet ihr eine Lösung. Ich glaube aber, dass wenn wir jetzt, wenn das Spiel stattfindet, egal wie, dass die Eintracht die besseren Karten hat. Das ist das, was ich dazu sagen kann. Und verabschiede mich. Macht's gut. Bis bald. Haut rein. Ciao. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Also das halte ich für sehr an. Aber ich glaube tatsächlich, dass das gar nicht mit den Auflagen da gemeint ist. Wahrscheinlich ist es, also ich könnte mir vorstellen, dass eventuell dann so Auflagen kommen, wie dass weniger Zuschauer da rein dürfen. Muss die Hände desinfizieren. Was meinst du? Weniger Zuschauer. Du könntest ja auch nicht nur, also Hände desinfizieren ist ja auch immer irgendwie so ein Ding, was dir ja halt auch nichts bringt, wenn du zwei Desinfektionsmittel auf der Hand hast, was in vielen Fällen halt auch eher Desinfektionsmittel gegen Bakterien und nicht gegen Viren ist. Ja, ja, sehr gut. Also ist ja auch noch so eine andere Geschichte. Stimmt. Und du halt dann direkt wieder da drauf hustest und dann irgendwie dem Nachbarn die Wurst gibst oder irgendwas, dann ist das Thema halt auch wieder irgendwie durch. Ich könnte mir halt auch vorstellen, und das ist jetzt erstmal nur wirklich in die Tüte gesprochen, ohne dass da, also das ist alles kompletter Spekulatius, dass die Auflage auch heißt, das Ding wird irgendwie nur halb voll gemacht, um irgendwie auch da Ansteckungsherde irgendwie zu verringern oder irgendwas. Ja, dann hast du wahrscheinlich als Dauerkarteninhaber ganz gute Karten und der Rest kriegt sein Geld so wieder. Na, müssen wir mal schauen. Also klar, logisch ist das, sind das Möglichkeiten, da zu intervenieren. Mal schauen. Also das ist einfach super schwierig. Ich finde es auch wieder schade, dass dann, warum wird das jetzt heute? Heute wird veröffentlicht, jawohl, mit Fans. Okay, dann schon mal wieder jeder, okay, gut, planen wir, planen wir, schauen wir. Du weißt halt noch nicht, was es bedeutet, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass ganz viele Dinge noch nicht geklärt sind, ja. Ich meine, das ist ja auch nicht, wir haben uns jetzt in der Diskussion so sehr auf Stadion und so weiter beschränkt, aber so dieses ganze Drumherum, ja, massenweise Fans, die in total überfüllten S-Bahn-Zügen anreichen, dahin fahren, ja, wo du halt auch vielleicht mit der Stadt oder mit dem RMV jetzt mal reden musst, dass einfach dann auch in der Situation mehr Bahnen fahren, du hast dir die Dinger nicht ganz so voll machst, dass dann da halt auch nicht jeder so Press an Press oder irgendwas steht, dass du vielleicht auch die Parkplatzsituation anders da gestaltest, um den Leuten irgendwie die Möglichkeit zu geben, individuell mit dem Auto irgendwie anzureisen oder irgendwie sowas. Also das sind ja alles so Dinge, die du ja auch irgendwie bedenken musst oder kannst, die müssen natürlich jetzt auch individuell erstmal geklärt werden. Von daher könnte es durchaus aus meiner Sicht sein, dass das so Gründe sind, warum man jetzt noch keine klaren Ansagen machen kann, sondern das dann morgen macht. Aber die Auflagen müssten zumindest, wenn man das jetzt schon so ankündigt, mehr sein als nur die Ansage bitte husten Sie in Ihre Armbeuge. Gehen wir mal von aus, ja. Nein, ist natürlich eine Situation, die wieder super unbefriedigend ist. Ich finde, das ist, klar, verstehe ich auch voll und was du, René, gehe ich voll mit dir. Es ist schwierig, es ist auch super komplex, das Thema. Es ist ohnehin kompliziert, weil viele Interessengemeinschaften zusammenkommen, die irgendwie zusammengeführt werden müssen und keiner will da auch irgendwie zurückstecken, verstehe ich auch. Auf der anderen Seite, normalerweise müsste hier eine klare Linie sein. Für Leute, die auch aus Basel anreisen, muss ja auch geguckt werden, was ist da los, wie machen wir das? Da ist ja auch nicht, dass die jetzt unbedingt alle am Donnerstag erst kommen und dann sagst du irgendwann am Mittwochmittag, es passt jetzt doch nicht, weil das und das oder die Fans müssen über einen ganz anderen Eingang oder es funktioniert. Also es ist doch, die Kommunikation ist einfach hier nicht hundertprozentig glücklich, finde ich. Und das ist einfach was, was schade ist, was auch, was ich mir wünschen würde, dass es einfach ein bisschen klarer ist, ein bisschen mit mehr Vorlauf. Man hat manchmal das Gefühl, und das ist, glaube ich, tatsächlich leider auch so, die haben erstens, viele haben Angst, was zu entscheiden und es ist auch so ein bisschen kopflos, die, ja, ich sage mal, Hierarchien scheinen da auch nicht hundertprozentig sauber zu sein, weil einfach nicht so ein richtiger Entscheider von oben jetzt einfach mal durchregiert, in Anführungszeichen, sondern es sind oft so Situationen, man kann es ja gar nicht nachvollziehen, heute Mittag wurde gesagt, der hessische Umweltminister oder wer auch immer da hat gesagt, okay, das Gleiche, was vom Bund, von Spahn kam, übernehmen wir eins zu eins, also alle Veranstaltungen über tausend Leute bitte nicht stattfinden lassen. Dann kommt zwei Stunden später, das Spiel in Frankfurt findet mit Zuschauern statt, der Gesundheitsdezendent der Stadt Frankfurt hat mit Absprache mit der Eintracht jetzt im Endeffekt darüber gesprochen, dass bla bla bla, das funktioniert, es sind aber Auflagen da. Also ich finde, das sind so widersprüchliche Signale, die auch geliefert werden und ich kann auch verstehen, dass die Leute einfach dann total verunsichert sind. Ich bin eh gespannt, wer alles seine Karte nutzt, wie Basti und Marvin ja sagen. Kann ja auch sein, dass im Endeffekt... Man muss das jetzt an der Stelle individuell entscheiden und auch nicht nur aus dem Gesichtspunkt heraus, ob man jetzt selbst zu einer Risikogruppe gehört oder nicht, sondern auch mit Blick auf seine Umgebung, ja, weil man muss jetzt auch wirklich mal mit dieser, mit dieser, jetzt fällt mir dieses, dieses, das Wort nicht ein, diese Auf-Sicht-Bezogenheit mit dieser, mit diesem Egoismus, danke, mit diesem Egoismus da so ein Stück weit aufhören, weil es betrifft halt einfach in dem Moment mal komplett alle und selbst wenn man selbst vielleicht nicht zu einer Risikogruppe gehört und auch irgendwie sich da nicht so viel Gedanken macht und irgendwie dann bequem zwei Wochen zu Hause liegen kann und dann ist auch irgendwie gut. Man weiß halt nicht, wie viele man da quasi noch mitnimmt und wie sehr die das betrifft oder auch nicht. Also da muss man halt auch einfach mal so ein bisschen weiter denken als nur irgendwie bis zur Nasenspitze. Richtig, guter Punkt, ja. Ja. Aber gut, es ist schwierig. Wie gesagt, wir werden morgen sehen, was da kommt und ja, schauen wir mal. Dementsprechend jeder, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Es ist natürlich eine Situation, da haben wir ja eben vorhin schon mal drüber gesprochen, wenn es klar von oben entschieden ist und die Spiele finden nicht ohne Zuschauer statt, etc., etc., die hätte auch jeder wahrscheinlich mitleben können. So ist jetzt wieder, okay, jetzt muss wieder jeder für sich entscheiden. Mal gucken, ah, dann ist es vielleicht auch das letzte Spiel, Heimspiel, was du lange Zeit jetzt nicht verfolgen kannst. Das ist natürlich dann halt nochmal so ein zusätzliches Ding, wenn du jetzt schon weißt, dass bei den nächsten Spielen sehr wahrscheinlich halt einfach keine Zuschauer da sind und das ist so der letzte Strohhalm und das darf man halt natürlich auch nicht vergessen, auch wenn immer so die Frage ist nach dem Motto, sind es Veranstaltungen, die notwendig sind oder nicht. Für viele Menschen, die ins Fußballstadion gehen, ist es halt mehr als einfach nur ein Fußballspiel. Für die ist das halt wirklich ein Stück vom Leben, wo halt einfach, das ist Hobby, das ist Freizeitgestaltung, da trifft man Freunde, die schon fast Familie sind. Das ist halt für viele, die ins Stadion gehen, bedeuten mehr und denen nimmt man da halt auch einfach einen sehr, sehr wichtigen Teil weg. Ja, das darf man halt an der Stelle auch einfach nicht vergessen und das geht mir ein bisschen in diesen ganzen Diskussionen auch, ähm, auch ein bisschen unter, dass das halt für viele wirklich auch einfach ein großer Mittelpunkt in deren Leben ist und die werden natürlich gerade bei einer Situation wie jetzt dann am Donnerstag, wenn du weißt, das ist jetzt vielleicht für nächste, für die nächste Zeit die letzte Möglichkeit da irgendwie hinzugehen, dann werden die halt auch alles Mögliche tun, um das nochmal wahrnehmen zu können. Das darf man nicht, äh, falsch einstufen an der Stelle. Richtig. Ja. Richtig. Schauen wir einfach mal. Aber wie gesagt, warten wir morgen mal ab, äh, auch an alle, die hier zuhören, äh, auch für euch natürlich, morgen Mittag soll es irgendwann veröffentlicht werden, dann sind wir alle schlauer und kann das ja jede Ja, irgendwie Vormittag, Mittag soll diese Pressekonferenz sein und dann weiß man mehr und, äh, wir können dann nur dazu raten, diese, diese Empfehlungen und diese Auflagen, die dann da gemacht werden, die zum Schutz aller in dem Stadion dann auch beitragen sollen, auch einzuhalten, bitte. Ja, so ist es genau. Versuchen nicht noch andere anzustecken, wenn man selbst im Endeffekt da nicht ganz so fit ist. Genau, wenn man krank ist, dann vielleicht auch wirklich mal ernsthaft überlegen, ob man nicht lieber zu Hause bleibt. Aber das sollte dann auch wieder jeder für sich entscheiden, das können wir tatsächlich, selbst wenn wir die Verantwortung übernehmen wollen, würden nicht für euch entscheiden. Jetzt lass uns aber vielleicht nochmal über dieses, äh, reden, was da auf dem Feld passiert. Die Eintracht spielt jetzt gegen, äh, gegen Basel. Es ist eins dieser, dieser Do-or-Die-Spiele, in denen wir ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, gezeigt haben, dass wir, was so Motivation angeht, doch bedeutend besser, ähm, unterwegs sind, zumal wir jetzt ja auch nicht wissen, ob ein Rückspiel stattfindet, wie ein Rückspiel stattfindet, ob das ausgewürfelt wird oder nicht. Na, aber ich glaube schon, da, da muss ich sagen, ganz kurz nochmal, also, dass ein Rückspiel stattfindet, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es, äh, nur bei einem, bei einem Einzelspiel hier, äh, es bleibt. Die Szenarien, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, sind natürlich im Moment etwas undurchsichtig. Wo findet es statt? Wann findet es wirklich statt? Aber ich denke schon, dass es dann Rückspiel, eventuell halt ein Geisterspiel geben wird. Aber gut, sorry, René, wollte ich nur nochmal. Ja. Aber grundlegend würde ich sagen, sollte da bei der Mannschaft eine höhere Motivation vorhanden sein, als bei den anderen Spielen. Vorausgesetzt, sie schaffen das alles, was halt so rundherum passiert, weil auch diese ganze Virus-Thematik ja an den Spielern auch nicht vorbeigehen wird, auszublenden. Was aus meiner Sicht uns so ein bisschen diesen Vorteil bringt, plus den Fakt, dass Basel ich sag's mal vorsichtig gesagt, die sind jetzt nicht irgendwie so der Übergegner nach meiner Wahrnehmung und die sind auch gerade so ein bisschen aus dem Rhythmus, dadurch, dass bei denen ja auch jetzt schon tatsächlich Spiele im Liga-Betrieb nicht stattgefunden haben. Das heißt, die haben zwar ihre Testeinheiten, aber so praktische Spielerfahrung ist bei denen ja jetzt auch gerade so ein bisschen raus. Die sind so ein bisschen aus dem Rhythmus, auf den ja immer alles ausgelegt ist, was für mich alles in allem Fakten wären, die uns schon eher die Vorteilspositionen bringen. Ja, auf jeden Fall, das ist ein guter Punkt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Spiele wann die das letzte Liga-Spiel gemacht haben. Ich glaube, so lange ist es aber noch gar nicht her. Ich meine zwei wären es jetzt, ich gucke das aber gerne nochmal für dich nach. Eine kleine Sekunde. Ja, gerne. Internationaler Fußball, Ligen und Pokal. By the way, falls hier jemand vom Kicker zuhört, es ist schön, dass ihr Werbung auf eurer Seite habt, wenn diese Werbung sagt, aber jetzt hier ganz spontan hier so Mundschutzmasken kaufen, vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob die Werbung, die ihr da gerade auf eurer Seite habt, so die richtige ist. Ist aber nur, ist nur so eine Theorie. Könnte man mal drüber nachdenken, Freunde. So, 25. Spieltag hat nicht stattgefunden. 24. Spieltag hat nicht stattgefunden. 23. Spieltag. Ja, seit zwei Spieltagen. Genau. Also im Endeffekt zwei Wochen, weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich schon so eine krasse Auswirkung haben. Wie stehen die eigentlich in der Liga? Sind es Zweiter oder Dritter? Sie sind aktuell Dritter, sind fünf Punkte hinter Bern und St. Gallen, die sich beide um den ersten Platz betteln. Ah, okay. Ja, wie gesagt, also ich glaube, dass der Rhythmus, klar, es wäre aber wahrscheinlich noch heftiger, wenn jetzt noch mehr Zeit dazwischen gewesen wäre, das kannst du vielleicht noch mit so ein paar Tests und Trainingseinheiten so ein bisschen überbrücken. Ja, wobei Wettkampfverlegungen halt schon andere sind. Also so ein bisschen Frust wird bei denen natürlich dann da auch vorherrschen. klar, 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 logisch, bin ich voll bei dir. Also es ist nicht zu unseren Ungunsten. Nur ob wir es jetzt so, ob das jetzt einen Riesenunterschied macht, ich weiß es nicht. Klar, es ist auf jeden Fall für uns gut, dass die im Endeffekt sich auf etwas einstellen müssen, was nicht normal ist. Weil das sind immer Situationen, wie wir ja auch gehört hatten damals, dass die Spieler ja auch geschlafen hatten noch, als sie von der Information erfahren hatten, dass das Salzburg-Spiel nach hinten verschoben wurde und so weiter. Also es ist schon immer schwierig, wenn du in eine komplett andere, ja ich nenne es jetzt mal, Situation reinkommst und dass es garantiert hat, damit keiner gerechnet, dass jetzt einfach zwei Wochen keine Ligaspiele haben und jetzt in der Euroleague ran müssen. Trotzdem würde ich es nicht zu hoch liegen. Basel ist auch tatsächlich, meiner Meinung nach, zwar keine mega Übermannschaft, trotzdem der Kader gibt schon einiges her, um uns auch Schwierigkeiten zu machen. Auf der anderen Seite, das Los ist schon machbar. Und das ist eigentlich das Wichtige, und da hast du auch schon genau das Richtige gesagt, das Los ist machbar und insbesondere zu Hause. Und die Leute, wenn sie im Stadion sind und ich gehe davon aus, dass viele ins Stadion kommen werden am Donnerstag, werden da ordentlich Stimmung machen, die werden wieder einen Ausschlag geben und du hattest vorhin einige Statistiken ja auch schon ausgepackt, Heimstärke ist auf jeden Fall noch da, Spiele, K.O.-Spiele waren wir immer viel stärker als in den normalen Ligaspielen oder irgendwas 0815 mäßig. Also das ist im Endeffekt, für uns ist die Ausgangssituation ideal eigentlich. Und das müssen wir jetzt umsetzen, das müssen wir zeigen, das müssen wir auch jetzt durchspielen. Trotzdem, ein Selbstläufer wird es wahrscheinlich nicht werden. Also ja, also wir müssen schon noch Fußball spielen, das wäre schon so eine grundlegende Sache, die einfach stattfinden sollte. Und auch mehr Fußball spielen, als wir es jetzt in dem Leverkusen-Spiel am Wochenende getan haben, das auf jeden Fall. Allerdings halt auch da, Ja, also die Einstellung muss ja ganz anders sein. Wenn wir halt wirklich uns an dem Tag entscheiden, auf diesem Platz zu stehen und Fußball zu spielen und auch mal 100 Prozent zu geben, dann sehe ich da schon eine mehr als solide Chance für uns, dieses Heimspiel, gerade dann auch, wenn es jetzt mit Fans stattfindet, wird es da ordentlich laut sein, das Ding halt auch einfach über die Bühne zu bringen, positiv für uns. Ja, du hast es auch wieder richtig gesagt, die Einstellung muss stimmen, es muss ein kompletter Bruch hin, weg von diesem Leverkusen-Spiel, hinzuspielen, ich sage jetzt mal Hinspiel, Salzburg, meinetwegen auch zweite Halbzeit, Salzburg dann auch nochmal im Rückspiel. Das sind die Situationen, die müssen jetzt wieder in die Erinnerung geholt werden, weg von diesem, das war ja wirklich grauenvoll. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Zweikämpfe müssen genommen werden, es muss im Endeffekt sofort, Kopf muss da sein, die Motivation muss da sein, aber ich glaube tatsächlich, dass diese Szenarien, die wir vorhin alle aufgezählt haben, die jetzt für dieses Spiel am Donnerstag sozusagen auf der Soll-Liste von unserer Seite oder auf der Haben-Liste eigentlich auch von unserer Seite stehen, dass es eigentlich dann müsste machbar sein. Ob es am Ende, es kommt einfach darauf an, Tagesform, wie kannst du dich motivieren? Denn der Kader von unserer Mannschaft gibt es eigentlich her, insbesondere auch, es ist so schade, dass dann auch in so Spielen wie Leverkusen dann die Abwehr so zusammenbricht, die ja lange Zeit unser, ich sage jetzt mal Bollwerk noch mal, wo man gesagt hat, ah, vorne hapert es ein bisschen, aber hinten, geil, ein dicker Hinterecke, diesmal ja ohne Abraham, aber normalerweise dann Abraham Touré, das funktioniert, da stehst du hinten sicher, dann können die vorne ordentlich Dampf machen, und wenn es dann vorne auch mal ein bisschen harbert und Silva vielleicht auch mal ein bisschen dann doch ins Rollen kommt, dann funktioniert es, dann machst du doch irgendwie deine Tore, Rode und ich weiß gar nicht, vielleicht Ilzanker dann noch im Mittelfeld als Motoren, das ist sowas, da hatte ich mich jetzt lange Zeit dran aufgehalten, oder festgehalten, und habe gedacht, oh, Gott sei Dank, wenigstens haben wir diese stabile Defensive mit zwei, drei guten Mittelfeldmotoren, wenn es funktioniert, und auch ein bisschen mit so noch Kreativität mit drin, das ist natürlich jetzt alles so ein bisschen, nach diesem Leverkusenspiel kriegst du natürlich wieder Magenschmerzen, ne? Ja, das ist halt schade, und da müssen wir weg von, von diesen Gedanken müssen wir weg, die Mannschaft darf überhaupt nicht an dieses Leverkusenspiel denken, sondern eher, wie gut teilweise die Spiele dann vorher funktioniert haben, warum? Das ist vielleicht wirklich eine Kopfsache, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass Endika, Hinteregger und Thore innerhalb von zwei Wochen verlernt haben, Fußball zu spielen, oder dass im Endeffekt, klar, wir haben hier ein größeres Problem, und es liegt nicht nur an diesem Leverkusenspiel, nicht, dass jetzt wieder gesagt wird, ist denn der Dennis blind, das ist doch schon länger das Problem, das Problem lag eher teilweise vor der Abwehr, und zwar weiter, weit vor, wo einfach die Tore nicht gemacht wurden, wo wir viel, viel haben liegen lassen, ich fand, die Abwehr war über große Teile der Saison nicht so schlecht. Ne, über große Teile der Saison nicht, gerade jetzt, wenn man auf das letzte Spiel guckt, was aber jetzt wahrscheinlich auch nicht der Gradmesser dafür ist, war es dann halt doch eher grützelt. Ja, 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 aber, aber trotzdem, also ich denke, dass wir mit der Mannschaft, und wenn wir aus einer soliden Defensive wiederkommen, und das muss einfach funktionieren, die Spieler müssen die Zweikämpfe an, wie darf es den Spielern nicht so viel Platz lassen, wenn ich das sehe, wie gesagt, ich habe ja die Zusammenfassung da teilweise geschaut, habe gedacht, wie kann das sein, der hat zehn Meter Platz, und könnte jetzt nochmal mit dem Ball ein paar Tricks machen, und könnte dann noch weiterspielen, und das wäre immer noch der Spieler, der wäre nicht direkt im Zweikampf, das darf halt nicht passieren. Ja, gerade jetzt, wenn wir jetzt nochmal bei Leverkusen sind, wenn man sich dieses 3-0 von Havertz angibt, was dann da nicht gegeben ist, wie ein Bellarabi da zwischen einem Endicker und einem Hinteregger durchläuft, und beide ihn da quasi durchlassen, also, schwierige Kursen. Wahnsinn, Wahnsinn, wie kann das sein, ja? Weiß ich nicht. Das darf halt nicht sein. Dann lass uns doch gleich auch mal. Dann sehe ich das, aber genauso wie du, René, dass das auf jeden Fall machbar ist. Dann lass uns doch mal über die Ausstellung reden, also, Trapp im Tor, very obvious. Dann, in der Abwehr. Gut, ich denke, dass tatsächlich die Abwehr von Leverkusen, Leverkusen, außer, Ilsanke, denke ich, rückt wieder nach vorne, und dafür wird wahrscheinlich Abraham zurück, oder? Hinti und, Entschuldigung, liebe Hörerin und Hörer, der Tag war länger als gedacht. Hinti, Abraham und dann Touré, der jetzt auch gegen Leverkusen Jetzt müssen wir nur gucken, sind alle spielberechtigt? Oder ist jemand gesperrt? Nach meinem Kenntnisstand sind alle spielberechtigt, für die Euroleague derzeit. Die rote Karte von Kostic, über die wir Frieden nicht gesprochen haben, war ja im DFB-Pokal. Ja, klar, DFB-Pokal. Und ansonsten? Stimmt, haben wir nicht drüber gesprochen. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das können wir vielleicht gleich nochmal machen. Ist aus meiner Sicht aktuell keiner gesperrt. Das letzte war ein Dika, nee, ein Hinteregger, der hat aber ja seine Sperre abgesessen. Müsste fertig sein, ja. Ich will gerade auch, ich schaue gerade auch sicherheitshalber nochmal, aber normalerweise, wie du sagst, müssten. Ich denke auch, ja. Von daher können wir da auf alle zurückgreifen. Ah, dann ist das, glaube ich, unsere Top-Viererkette. Also ich bin auch fest überzeugt, dass wir mit, da denke ich du auch, dass wir wieder mit Viererkette auflaufen. Ja, ja, du, alles andere machst, kann es sehen. Aber die Frage ist, bleiben wir bei unserem, in der Euroleague, präferierten 4-3-3, oder gehen wir wieder in 4-3-2-1? 4-2-3-1? Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich würde für ein 4-3-3-3 stimmen. Ja, eigentlich funktioniert es ja gar nicht schlecht. Ja, gehe ich voll mit. Das heißt aber, für dich dann, wer, wer spielt hier? Würdest du mit Rode, Ilsanke und So? Ilsanke direkt vor der Abwehr, davor Rode und So. Die gefallen mir da einfach am besten. Ja, ja, Und Ilsanke hat gerade auch im letzten, im Pokalspiel auch gegen Bremen gezeigt, dass wenn er richtig geil drauf ist, wenn er Bock hat, und wenn auch so diese Stimmung da ist, halt da auch für mich nochmal so ein Faktor für die Mannschaft sein kann, der halt, was mir so ein bisschen ja gefehlt hat, einen, der halt auch mal antreibt, der auch mal ein Statement auf den Platz liefert, der auch dann einfach mal total blutverschmiert da rumrennt und sagt von wegen, komm Arsch zusammenkneifen, jetzt hier nochmal die letzten 5 Minuten Gas geben. In der Rolle hat er mir da extrem gut gefallen. Ja. Und da wäre so ein bisschen meine Hoffnung, dass er damit da auch wieder unterwegs ist. Und dann vorne ist, glaube ich, mehr als klar ein Kostic auf links. Ja. Ein Silver ist für mich nach wie vor derjenige, den ich da vorne sehen wollen würde, in der Mitte. Dost ist ja nach wie vor eher, eher dauerkrank. Paciencia liefert für mich da nicht die Leistung. Und dann wäre ich auf rechts tatsächlich für Gasinovic. Statt Kamada. Statt Kamada. Gasinovic hatte jetzt ein bisschen Pause, scheint ja auch wieder fit zu sein, ist ja auch am Wochenende eingewechselt worden. und der kann halt auch nochmal eine andere Bissigkeit in so ein Spiel reinbringen. Stimmt, auf jeden Fall. Obwohl ich sagen muss, dass Kamada ja auch in den letzten Euroleague-Spielen immer gut getroffen hat. Also ich würde tatsächlich, also Gasinovic, Kamada ist so für mich so ein Fifty-Fifty-Ding, wobei ich tatsächlich fast so ein bisschen rüber tendiere momentan zu Kamada, weil er einfach diesen Flow aus den letzten Euroleague-Spielen, wo er ja, ich glaube, hat er bei jedem jetzt getroffen gehabt? Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube ja. Also überall dauerhaft gespielt hat, jedenfalls. Überall dauerhaft gespielt hat, genau. Nee, aber deshalb würde ich tatsächlich mal mit Kamada anfangen und Gasinovic, wie du sagst, ist normalerweise dann auch eine, aber dann bitte auch zu einer gescheiten Zeit, dann nicht wieder warten bis in die 70. Minute und dann Gasinovic nochmal reinbringen, das bringt nichts. Aber wenn du merkst, Kamada greift wieder überhaupt nichts, ich sage mal, mit glücklichem Fuß an, dann wechselst du mal bitte in der Halbzeit und dann ist auch jeder zufrieden. Das würde ich mir wünschen. Aber ich gehe auch mit dir mit Gasinovic, können auch genau umgekehrt das Spielchen machen. Wobei, wie gesagt, Kamada vielleicht so ein bisschen diese Motivation aus den vorherigen Spielen so ein bisschen mitnehmen kann. Und ja, er hat ja schon, also er kann schon auch schöne Tore machen. Also in den Gruppenspielen hat er nicht getroffen, doch im letzten. Gegen Arsenal hat er getroffen, gegen den letzten beiden. Gegen Arsenal und Guimarães hat er getroffen und dann im Hinspiel gegen Salzburg im Rückspiel wiederum nicht. Also er hat auch nicht in dem Spiel getroffen. Das ist das Pokal, ne? Das war der DFB-Pokal. Er hat doch irgendwo jetzt, er hat doch vor kurzem wieder getroffen, oder? Ja, DFB-Pokal gegen Bremen hat er getroffen. Ah ja, okay. Ja, also dementsprechend, vielleicht liegt ihm, ich formuliere es ein bisschen um, nicht nur die Euroleague, sondern auch der DFB-Pokal. Also vielleicht so Pokal-Entscheidungsspiele motivieren Kamada etwas mehr. Dementsprechend würde ich gerne mit ihm anfangen, bin aber auch völlig zufrieden, wenn wir Gasinovic hier in die Startelf mal stellen. Ich schreibe es mir mal beide rein und dann gucken wir mal, was der Trainer ja letztendlich entscheidet. Was ist denn dein Tipp für das Spiel? Also ich glaube tatsächlich, dass wir hier schauen sollten, dass wir den Sack in Anführungszeichen zumachen und hoffentlich kein Gegentor bekommen und hoffe auf ein 3-0. Das wäre auch exakt mein Tipp. Für dieses Spiel. Sind wir uns doch schon mal einig. Und damit sollte es ja dann sehr solide für uns erst mal... Wäre mega, stell dir mal vor, Wahnsinn. Also wenn da 3-0 schon... Ja, 3-0. Also wichtig wäre halt wirklich auch zu null, dass die da kein Auswärtstor schießen. Das war ja auch das, was dann gegen Salzburg so nervig war. Das Schwierige war, ich wollte jetzt nicht den Witz mit Salz in der Suppe machen, der wäre jetzt zu einfach gewesen. Das ist halt dann immer irgendwie doof. Da musst du halt da auch wieder aufpassen. Und nee, 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 will ich irgendwie nicht. Also gerne einfach zu null. Mindestens zwei Tore, drei wären mir halt am liebsten. Und dann sollte das Ding einfach schon relativ safe sein. Und dann mal gucken, wie die Rückspürsituation ist. Ja, wie gesagt, der Hütter hat heute im Interview mal angedeutet, dass tatsächlich mal wieder eine Option für das eventuelle Rücksspiel sein könnte, wenn es bis dahin stattfindet. Also ganz ehrlich, hör mir auf mit DOS. Das Thema ist für mich sowas von durch. Also für diese Saison ernsthaft nein. Ja, das wäre doch mal schön, mit zwei Spitzen zu spielen. René, du musst doch mal sagen, das System, das sagt ja Hütter selbst, das Blöde ist, dass wir im Endeffekt so wenig Sturmpotenzial haben. Und das habe ich nur gedacht, wow, das war jetzt mal ein richtiger Drittendeier für Patienzjahr, dass wir eigentlich immer nur mit einer Spitze spielen können. Ganz ehrlich, damit hat er sich, damit hat er sich aber auch mindestens selbst ordentlich vor das Schienenmein getreten. Weil jetzt mit dieser Aussage zu kommen, schade, dass wir so wenig Spurmpotenzial haben, wenn du ein Joveljic, auch wenn er vielleicht nicht Bundesliga-Stürmer Nummer 1 ist, aber du ihn ja trotzdem in Spielen mal hättest bringen können, in der Winterpause verleihst, was für ihn wahrscheinlich am Ende gut ist, weil er wesentlich mehr Einsatzzeit bekommt, aber trotzdem, er dir halt irgendwie dann da fehlt, du ein Ache für die nächste Saison verpflichtest, was super toll ist, aber du ihn vielleicht auch hättest zum Winter holen können oder vielleicht einfach auch mal sagen können, zu dem Zeitpunkt, ey, das, was wir hier gerade haben, war gut gedacht, aber nicht gut gemacht. Wir legen jetzt nochmal nach und jetzt irgendwie sieben Spieltage danach in der Liga zu kommen und sagen, ja, schade, dass wir so wenig Stürmermaterial haben. Also da komme ich mir auch so ein bisschen verkack eiert vor. Kann ich verstehen, obwohl natürlich Hütter da nicht der alleinige Entscheidungsträger ist. Ja, natürlich ist er nicht der alleinige Entscheider, aber unbeteiligt ist er an der Kaderplanung nur auch nicht. Da gehe ich voll mit dir mit. Aber ich finde es gut, dass dann zumindest eine Entscheidung getroffen wurde, wenn Hütter eindeutig sagt, er spielt keine Rolle in meinem System. Juwelijevich, wo du ja gesehen hast, der hat ja ein paar Mal gespielt, hat anscheinend, die Aussage war ja dann so ein bisschen, ah, die Laufwege, es war nicht so, wie ich das eigentlich von ihm erwarte und dass er dann im Endeffekt erstmal Erfahrung noch beim anderen Verein sammeln soll. Wenn das so klar kommuniziert ist und dadurch, ich hoffe, das Signal kam so deutlich von Hütter und hat dann gesagt, bitte schau, dass du den ins Schaufenster stellst, dann mal noch für ein halbes Jahr verleihst, dann finde ich das eigentlich ein ziemlich smarten Move, zu sagen, okay, er würde hier eh nur auf der Bank sitzen, für mich spielt er keine Rolle, egal, ob jetzt hier, dann spiel ich lieber mit drei Mittelfeldspielern da vorne. Dann ist das für mich okay. Trotzdem, das ändert ja nichts, dass die Situation total beschissen ist und sie hätten nachlegen müssen und dafür andere Spiele holen und so weiter. Da gehe ich voll mit dir. Aber natürlich das Potenzial oder ich sage mal, das Material, was er hatte, dann zu sagen, okay, ein Joveljic hätte bei mir eh keine Rolle gespielt, so wie er momentan zumindest in der Form war, dass wir den dann verliehen haben, finde ich dann eigentlich auch eine gute Sache, weil erstens eventuell steigert er ein bisschen seinen Marktwert bei den anderen Mannschaften, bringt vielleicht auch ein bisschen mehr Masse, ein bisschen mehr taktisches Gefühl mit und kann uns dann wirklich weiterhelfen. Kamada ist ja da auch ein Beispiel, auch wenn viele sagen, was wollt ihr denn alles mit dem Kamada, das ist doch wirklich eine Flachpfeife, kann man so nicht sagen. Er hat schon wichtige Tore gemacht und er ist auch jetzt wirklich kein Schlechter, er ist halt nicht der Überbringer, aber dafür haben wir auch Kamada nicht geholt, dass er der Heilsbringer ist, das ist nicht der Königstransfer. Und das ist ja, wo wir ja eh schon die ganze Zeit gesagt haben, vorne fehlen einfach so ein bisschen, ja natürlich die Spieler, die dir sicher die Tore bringen. Und das war mit Dost gemeint eigentlich, Dost ist für mich so ein Spieler, wenn der fit ist und wenn der spielen kann, das ist nochmal einer, der kann dir nochmal vier, fünf Tore garantieren, auch in den verbleibenden Spielen oder zumindest drei, vier Tore. Und das sind vielleicht extrem wichtige Tore, die ich unbedingt eigentlich haben will, um diese magischen, vorhin wird mal wieder runtergeschraubt auf 35, 36 Punkte, ich will 40 Punkte frühzeitig haben, damit ich überhaupt nicht mehr darüber nachdenken muss, was ist da los, funktioniert das oder müssen wir uns doch nochmal unten mit dem Abstiegskampf beschäftigen. Ich will jetzt hier den Sack zumachen und zwar spätestens nach diesem ekelhaften März, der jetzt noch durchgebissen werden muss mit den Spielen gegen Gladbach und die Bayern, aber danach müssen die Punkte her und wenn dann ein Dost wieder eingreifen kann, das war das, was ich meinte, René, vielleicht habe ich es dann auch vorhin ein bisschen blöd ausgedrückt, ich will einfach diese Variabilität auch vorne haben, dass du mal mit zwei Stürmern spielen kannst, dann spielen die sich mal ein bisschen hin und her, das ist halt alles sonst zu durchschaubar, du merkst das ja auch, die anderen Mannschaften, da ist es dann selbst für einen Klub wie Paderborn möglich, uns die Wege zuzubauen, das ist dann, das nervt dann und wenn du dann diese Qualität auf dem Platz hast, die auch immer für ein Tor immer gut ist, dann ist das eine feine Sache, deshalb Dost, ich kann, ich verteufel den auch, weil er verdammt nochmal eigentlich viel fitter sein müsste für das Geld, was er gekostet hat, auf der einen Seite, ich nehme ihn auch mit Kusshand. Ja, ich meine, man muss auf der anderen Seite da halt auch immer sehr vorsichtig sein, der Spieler an sich kann da jetzt vielleicht auch nur bedingt was dafür und hat das Ding ja auch, hat es ja jetzt auch nicht mit Absicht gemacht, sondern das ist ja oftmals dann einfach auch dieses Widerspiegel der Erwartungen, die wir als Fans in solche Charaktere setzen und die können die dann am Ende nicht erfüllen, da kann man ja jetzt dem Spieler keinen Vorwurf machen, dass er unsere Erwartungen nicht definiert, weil die hat er uns ja nicht gegeben, sondern die haben wir uns ja selbst ausgedacht. Trotzdem habe ich so ein bisschen eine persönliche, in meiner persönlichen Wahrnehmung taucht halt Dost da nicht als Alternative momentan auf. Ja, auch wenn es vielleicht ungerecht ist, aber er müsste für mich dann jetzt erstmal wirklich beweisen, dass er da dieser Rettungsanker sein kann. Ich sehe ihn halt eher als Störfaktor in dem System und als solcher würde er mir halt da jetzt nicht helfen, sondern halt eher genau das Gegenteil. Von daher, auch wenn er da vielleicht eine Alternative ist und man diese Variabilität haben will, ich sehe halt keinen Vorteil da drin. Aber vielleicht täusche ich mich da auch und er ist da ein großer Vorteil, wenn er dann da wieder angreifen kann, aber da dauert es ab. Die Skepsis ist aber völlig berechtigt, Triné. Also man muss jetzt mal schauen, wie kommt er überhaupt zurück? Spielt er dann ein Spiel und es fällt dann wieder für drei Wochen aus? Das sind alles Sachen, muss man jetzt mal schauen. Ich habe mich tatsächlich über die Nachricht gefreut, um einfach da womöglich wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten und auch Hütter mal wieder vielleicht der ein oder andere Zaubertrick zu ermöglichen, indem taktisch noch was umgestellt wird und Spieler mal wieder ins Feld kommen, die eigentlich da gar nicht, ich erinnere an Chandler, hat ja auch zwei, drei Spiele mal funktioniert. Das sind so Situationen, das wünsche ich mir jetzt auch von Hütter, dass er so ein bisschen den Trickkasten ein bisschen wieder auspackt. Man sagt taktisch, ein Spieler, der total unpopulär auf der Position, hat er noch nicht oft gemacht, ist aber dann auch für die anderen super schwierig einzustellen. Und das muss er doch eigentlich jetzt in so Spielen machen, in denen eigentlich die Spiele eh kaum mit dem Potenzial oder mit dem Kader, den wir haben, zu besiegen ist. Da muss eigentlich mal so ein bisschen der taktische Kniff her, da muss mal kreativ aufgestellt werden. Ich will keinen Chor sehen beispielsweise. Wenn wir dann auch gegen die Bayern in zwei Wochen spielen, ich will dann keinen Chor sehen. Was will ich mit einem Chor bei Bayern, der mir dann kreatives Mittelfeld macht? Da werde ich wahnsinnig. Das brauche ich einfach nicht. Aber vielleicht mal Schettin Einsatzzeit geben, der mal zeigen kann, der hat sicherlich Bock auch gegen die Bayern. Boah, geil, da gibt er 100 Prozent. Vielleicht kann er uns, denn ich glaube nicht, dass sonderlich viel Videoanalyse von Bayern betrieben wird, dass Schettin eine Einsatzzeit bekommt. Oder auch andere Spieler, den Guzman vielleicht mal wieder reaktivieren. Das ist ja auch, der ist ja kein schlechter Fußballer, dass der überhaupt keine Zeit mehr bekommt. Es ist verrückt. Toro vielleicht wieder zurückholen, wenn er jetzt wirklich fit ist. Ich glaube, er ist ja wieder im Training und so weiter. Das sind alles für mich Optionen. Da kannst du vielleicht den Gegner auch mal überragnen und kannst mal wirklich da, ja, ich sage jetzt mal, einen Trick auspacken und holst dadurch glücklich einen Punkt in München. Da sagt doch jeder, boah, geil, Hütte. Da hat er auch wieder, da rasten doch die Fans auch völlig aus. Wie geil ist der denn? Und so weiter. Wenn er hier mit dieser 0815, ja, ich sage mal, mit dem 0815 Mist hier aufläuft, da wirst du gegen die meisten Mannschaften dann leider wieder schwierig nur punkten. Aber gut, regen wir uns jetzt erstmal nicht auf. Ehe viel zu viel hätte, wenn und aber. Schauen wir uns das Spiel am Donnerstag jetzt mal an. Aber ich denke, mit der Aufstellung, die wir da gesagt haben, mit den ganzen Voraussetzungen, die wir haben, wenn einigermaßen der Abend normal verläuft, denke ich, ist da auf jeden Fall was drin. Und wie du gesagt hast, wenn wir mit 3-0 und kein Tor da fangen, dann ist die Ausgangssituation genial. Und darauf müssen wir eigentlich aufbauen. Und davon können wir vielleicht auch mal endlich zehren für die Bundesliga-Partie dann, im Endeffekt Gladbach, der es ja dann folgt, und nicht wieder so ein Loch haben. Dann haben wir wieder dieses Hoch im Pokal und zu Hause gegen Gladbach gehen wir dann wieder unter. Das soll halt auch nicht passieren. Sorry. Viel zu viel in Rage geredet. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Dann lass uns doch noch mal einen kurzen Blick auf die Bundesliga-Saison von vor 20 Jahren sprechen, ob da auch irgendwas mit Virus oder so war. Erstmal das Intro. Ja, ist es denn zu glauben, Frankfurt verspielt den Aufstieg im eigenen Stadion. Willkommen im Irrenhaus! Vorhin haben wir darüber gesprochen, dass die Eintracht diese Saison wahrscheinlich nichts mit dem Abstieg zu tun hat oder zumindest die Hoffnung, wenn sie sich jetzt ranhält. Vor 20 Jahren in der Saison 99-2000 am 25. Spieltag sah das ein bisschen anders aus. Und da musste die Eintracht am Freitag ran. Gegen Hansa Rostock war vor dem Spieltag auf einem Abstiegsplatz und hat dieses Spiel gegen Hansa Rostock ohne Tore beendet auf beiden Seiten und hat es dann am Ende Surprise, Surprise auch nicht geschafft von einem Abstiegsplatz runter zu kommen. Die Mannschaft hatte ein paar Wechsel drin. Es gab tatsächlich auch da ein Thema mit Krippe. Da war nämlich Salou, der war Krippe geschwächt und musste raus. Dafür durfte Fjordhoff rein. So, Potsek war auch verletzt und konnte nicht spielen und dafür kam aber Thomas Zampach direkt in die Mannschaft. Und es ging tatsächlich auch furios los. Wir hatten wohl am Anfang sowohl in der siebten als auch in der vierzehnten Minute knackige Torchancen und beide Mal war der Keeper von Rostock nicht zur Stelle. Das eine Mal hat ein Feldspieler den Kopfball von Weber von der Linie gekratzt in der siebten Minute und sieben Minuten später haben wir es geschafft aus sechs Metern Entfernung den Ball nicht ins Tor, sondern einfach hoch drüber hinweg in die Zuschauermassen zu schießen. Schöne Grüße an dieser Stelle auch nochmal an den versuchten Torschützen Ralf Weber, der das Ding einfach mal spontan übers Tor gezimmert hat. Und am Ende war es dann eben ein 0 zu 0, der, so wie sich das anhört, frustrierenderen Sorte. Wer hat, wie haben wir denn gespielt? Wer hat denn, wie war denn unsere Ausstellung? Das wusste ich jetzt, dass du fragst, deswegen habe ich es hier schon mal geöffnet. Im Tor Heinen, in der Abwehr, Kutschera, Hubchef, Kracht, davor, Zampach, Schur, Weber, Gebhardt, davor Held und vorne im Sturm Reichenberger und Fjordtoft. Wir haben zweimal gewechselt, Reichenberger kamen dann runter und Zalu in der 63. rein, dafür hat das dann anscheinend gereicht und Zampach ging in der 70. raus und dafür kam Guimier dann rein. Auf der Bank hatten wir noch Nikolov, Bindewald, Rasiewski, Schneider und Young. Okay. Und dann haben wir die Mannschaft von Rostock im Tor Pickenhagen, davor Oswald, Weiland, Zallmann, im Mittelfeld Brandt, Lanz, Wibran und Lange und davor Ahanhoff, Ahanfoff, wie heißt er, Avizorn und Agadi. Agadi kennen wir auch noch. Der sagt mir was, Viktor Agadi. Aber da waren einige Namen eben auch dabei, die habe ich selten gehört, muss ich wirklich sagen, aber gut. Ja. Ja, okay. Aber Viktor Agadi, der war mir jetzt noch im Gedächtnis geblieben. Ja. Naja, der hat vier Bundesliga gespielt, glaube ich. 143 Spiele in der Bundesliga und 32 Tore. Na, immerhin. War beschäftigt bei Rostock und hat dann, ja, stimmt, bei Schalke hat er drei Jahre gespielt. Ja, Und dann bei Nizza und ist dann Richtung türkische Liga gegangen und war dann nochmal für eine Saison bei Rostock. Tatsächlich. Ja, den hatte ich. Was so erfolgreich dann war. Ja. Und Trainer der Vollständigkeit habe noch bei Rostock damals war Andreas Zachhuber. Mhm. Oh, Preutigam auf der Reservebank, den kennt man auch noch. Ja. Karib Preutigam. Stimmt. Wen haben die noch auf der Bank gehabt? Holschek, Thilemann, Kovacec und eingewechselt wurden Avizon wurde eingewechselt für Baumgart, Hanfuf wurde eingewechselt für Majak und Brandt wurde eingewechselt für Ehlers. Andersrum, oder? Andersrum. Weil die hattest du vorhin auch in der Ja, das war an der Stelle sind die Einwechslungen schon irgendwie drin, das ist ein bisschen verwirrend. Naja, ist aber ja nicht so wichtig, das heißt aber ein 0-0 gegen einen direkten Konkurrenten, schade, 6-Punkte-Spiel, Chance nicht genutzt. Korrekt. Ja, wir waren dann am Ende auf Platz 16 mit 25 Punkten, Rostock auf Platz 14 mit 28 Punkten, da hätte man halt wirklich einfach mit diesen drei Punkten, wenn man die mitgenommen hätte gegen Rostock, sie mal eben schön da einholen können, das wäre sehr, sehr wichtig gewesen. Plus den Faktor, dass Freiburg, die mit 26 Punkten auf Platz 15 standen, an diesem Spieltag gegen den HSV verloren haben. Bielefeld als direkter Konkurrent 6 Punkte hinter der Eintracht an dem Tag ein Unentschieden, nee, das war die Hertha Bielefeld, hatte sogar gegen Dortmund 3-1 gewonnen und hat damit so ein bisschen aufgeholt und nur Duisburg weiterhin schlussrecht, nachdem sie 3-2 gegen Lautern verloren hatten. Verrückt, dass hier Ulm zu Hause gegen Leverkusen 1-9 fällt. Krass, das sehe ich jetzt, 1-9 Heidewitz, Herr Kapitän, wer hat denn da die Tore geschossen? Emerson in der 10., Ring in der 14., Kirsten in der 19., Emerson in der 39., Nüville in der 68., C. Roberto in der 74., Ballack in der 75., C. Roberto wieder in der 81., Schneider in der 85., und dann der Anschlusstreffer durch Leandro in der 90. Minute. Okay, auch nicht schlecht. Also ganz ehrlich, da brauchen wir uns jetzt über ein 4-0 gegen Leverkusen auch nicht aufzuregen, wenn die damals 9 zu 1 verloren haben. Eieieieieiei. Da kann nichts, also da, aber gut, Leverkusen war ja, glaube ich, erster oder zweiter, zweiter, zweiter. Leverkusen, zweiter Punktgleich nach dem Spieltag, dadurch, dass die Bayern ja nur unentschieden gespielt haben, Punktgleich mit dem FC Bayern. Und bereits 8 Punkte Vorsprung auf den HSV und 13 Punkte Vorsprung vor 1860 München, die tatsächlich damals um die Champions League mitgespielt haben. Schau dir das mal an hier, HSV 1860 Lautern Lautern auf Tabellenplatz. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh meine, meine, Wahnsinn. Ist echt Wahnsinn. Und noch gar nicht so lang her, es ist so verrückt. Exakt 20 Jahre. Ja. Also nicht auf den Tag genau, der 25. Spieltag war damals eine Woche später als jetzt bei uns heute, aber ja. Naja. So ist das halt. Ja, da werden wir in der nächsten Woche dann über den 26. Spieltag sprechen und ich sage euch schon mal, wie die Partie da war oder wer der Gegner war, da durften wir nämlich ran an einem Sonntag. Letztes Spiel an diesem Spieltag und der Gegner heißt Schalke 04. Eieiei. Naja, muss man mal schauen. Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren, da sprechen wir in der nächsten Woche drüber. Nein. Ja, das ist das. Hast du eine Empfehlung, lieber Dennis? Tatsächlich habe ich keine Empfehlung. Ja, dann geht es dir so ähnlich wie mir. Ich habe wenig konsumieren können, außer dem, was wir vorhin schon angesprochen haben, diesen, wie ich finde, nach wie vor sehr, sehr guten NDR Info Podcast zu dem Thema Coronavirus, was ja vorhin auch unser Hauptthema war. Also wer den noch nicht abonniert hat, der sollte das jetzt schleunigst tun. Erstens freuen die sich, glaube ich, über jeden, der da noch reinhört. Und auf der anderen Seite ist es wirklich einfach eine solide Informationsquelle, die sehr unaufgeregt und sehr sachlich ist. Und von daher ist, glaube ich, jeder darin gut beraten, um diese Hintergründe zu verstehen. Insbesondere auch für Laien geeignet. Ich glaube, das ist ja so eine wichtige Sache. Oftmals, ich habe einen anderen Wissenschaftspodcast abonniert, da ist es dann doch, steigt man dann doch irgendwann schnell aus. Gerade, wenn es jetzt um diese Viren, wie ist die Mutation, etc. Also sehr, sehr sachlich und auch anschaulich erklärt. Also ich denke auch, dass da jeder 30 Minuten am Tag, das Ding kommt immer irgendwann zur Mittagszeit und 30 Minuten kann man echt gut irgendwo unterkriegen. Nehmt euch die Zeit, Leute, hört da rein oder wenn ihr da nicht rein wollen wollt, dann nehmt die Zeit und informiert euch irgendwo anders, verlasst euch nicht unbedingt auf ein Medium und nehmt bitte auch was, was jetzt sachlich ist und nicht von Historie geprägt. Ja, also. Eine Sache, René, was wir natürlich jetzt völlig nicht besprochen hatten, war ja DFB-Pokal und diese blöde Karte gegen Kostic. Also Kostic faul in wirklich letzter Sekunde der Nachspielzeit, sprich, trifft er Toprak da von hinten an der Wade, es sah irgendwie alles ganz, ganz fürchterlich aus, am Ende stellt sich heraus, es ist jetzt zumindest kein dauerhafter Schaden, es ist jetzt irgendwie eine eine Riss, Quetsch, irgendwas Wunde, er fällt jetzt ein bis zwei Spiele aus und kann dann wieder spielen, also von daher alles glimpflich abgelaufen, an dieser Stelle nochmal gute Besserung an Toprak, ich glaube, das ist eine Aktion, die will man in keiner Situation irgendwie sehen, Kostic ist jetzt auch aus meiner Wahrnehmung heraus, aber da muss man natürlich auch immer ein bisschen aufpassen als Fan des Vereins, dass man das da nicht zu positiv sieht, aber jetzt auch nicht mit permanent harten Fouls irgendwie aufgefallen, dass du in der Situation die rote Karte gibst, weil man muss halt auch realistisch sagen, er kommt von hinten, er hat jetzt nicht wirklich eine Chance, da an den Ball zu kommen, er trifft ihn halt einfach komplett mit der Sohle, die rote Karte, ja, okay, vier Spiele sperre die ja dann in die nächste, in die nächste Spielsaison dann quasi mit reingehen, das heißt, er darf auch da ja die ersten beiden Spieltage im DFB-Pokal nicht spielen, finde ich halt schon eine harte Nummer. Also, ich muss auch sagen, also das ist total überzogen, die Eintracht hat ja auch tatsächlich letzten Freitag schon Einspruch eingelegt, wohl per Fax auch eine sehr skurrile Situation. Das ist so ähnlich wie irgendwie hier Transfermeldungen, die müssen ja auch irgendwie am Deadline-Day bis X Uhr per Fax eingegangen sein, das ist, das ist die Digitalisierung des DFB, meine Damen und Herren. Also, definitiv Einspruch eingelegt, meiner Meinung nach auch zu Recht, ich denke, das Strafmaß wird nicht massiv verkürzt werden, aber sind wir mal ehrlich, das ist fraglich, glaube ich, so wie die Jungs da gerade drauf sind. Genau, also wie gesagt, ich glaube auch, dass es tatsächlich, wenn es reduziert wird, dann wahrscheinlich drei Spiele sind, bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter, ob Kostic nächstes Jahr sowieso noch für ein Spiel, das steht ja auch nochmal auf meinem Blatt, aber trotzdem. Die Sperre bleibt ja bestehen, also in dem Moment, wo er hat. Genau, ich meine jetzt für uns, genau, für den Spieler natürlich sowieso blöd, aber auch für die, für die, für uns als Verein, Antracht Frankfurt ist natürlich dann eventuell in der nächsten Saison nicht mehr ausstattet. Im Chat kommt gerade eben nochmal der Hinweis, dass mit den zwei Spielen in der nächsten, in der nächsten Saison trifft natürlich nur zu, wenn wir ins Finale kommen, das ist natürlich korrekt, andernfalls sind es natürlich drei Spiele. Ja. Danke. Das ist richtig, ja. Korrekt. Ja. Was es jetzt nicht unbedingt besser macht. Also generell, muss ich halt sagen, ich finde das Strafmaß schon sehr hoch in der Situation und da jetzt, ähm, ja, es ist schon abgefahren, also weil, du musst jetzt überlegen, was gibst du dann wirklich für ein richtig krass rüdes Foul, was wirklich, wo sich wirklich jemand verletzt, da musst du dann sieben oder zehn Spiele geben, also du bist ja, du kommst ja hier in Sphären, die sind ja überhaupt nicht mehr händelbar, ne, das sind, wir haben ja damals schon gesagt, buh, für die Aktion Abraham, äh, mit, ähm, Streich, das war ja schon, äh, wo wir, wo wir gesagt haben, boah, das war aber jetzt doch nochmal, haben sie mal ein richtig Zeichen gesetzt, jetzt wird für ein normales, ein saublödes Foul, René, ich hab's nämlich gesehen, da hast du ja hier auch, oder saublöde rote Karte, so muss man es auch wirklich sagen, sie ist halt einfach so, ja, es erinnert halt von der Aktion, so ein bisschen wie diese, wie diese Fernandes rote Karte, da in der 45., wo der Schierig quasi schon die Pfeife, äh, zum Pausenverfahren hat, ja, ich verstehe, er ist irgendwie sauer, er will den Ball da noch irgendwie haben, er wollte noch die eine Offensivaktion, aber da in der 95., 96. so in diesen Zweikampf zu gehen, das muss halt einfach nicht sein, er lässt dann halt einfach laufen, weiter als bis zur Mittellinie kommt er sowieso nicht, ich glaub auch nicht, nach wie vor nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat, sondern der hat, war halt immer auf den Ball fokussiert, er hat nicht gesehen, dass der Spieler eben da in die Quere kommt, oder zumindestens nicht so, also das war halt auch so eine Verkettung. die Bewegung war dann schon da, er hat sich ja auch dazu geäußert, er hat gesagt, es tut ihm ja auch leid, er hat sich entschuldigt, es sind im Endeffekt, zum Glück ist Toprak größer verletzt, auf der anderen Seite hast du auch die Situation natürlich, Kostetsch ist überhaupt kein auffälliger Spieler, der jetzt total, du hast es vorhin gesagt, der total durch Berühde, faul, ständig auffällt, wenn es jetzt Abraham gewesen wäre, hätte er gesagt, ah, der Abraham, das ist eh einer, der gehört raus da, da hätte ich das Strafmaß verstanden, und er hätte mir gesagt, ach, du bist Wiederholungstheter, du hast doch jetzt erst eine Strafe gehabt, lernst du denn nie, dann hätte ich gesagt, vier Spiele, okay, aber bei einer Spiele, der eigentlich so. Ja, aber auch da muss ich sagen, jetzt mal, um da mal so diese Seitenkurve zu machen, ja, ja, diese Aktion mit Abraham und Streich, haben wir rauf und runter diskutiert. Haben wir ja. Hat er seine Strafe abgesessen, alles gut, aber wenn du dann vom Sky-Kommentator, von meinen nächsten Hassfreunden hier, schon wieder diese Vorverurteilung, Vorverurteilung hörst, von wegen, ja, Abraham, hier der Trainer, Schubser und so und Zeug. Leute, bleibt mal auf dem Teppich, ja, ihr seid hier nicht die Götter schlechthin, auch wenn ihr manchmal so das Gefühl habt, ihr wehrt's. Ich finde das grauslich. Es ist wirklich grausig, ja. Ja, stimmt. Ich rege mich schon wieder auf. Ja, 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 wir machen hier jetzt auch. Wir machen jetzt hier, wir machen jetzt hier den Sack zu, sonst wird's hier, glaube ich, noch irgendwie justiziabel. Glaube ich auch. Schmutzige Wäsche, genau. Genau. Nein, aber wie gesagt, also sind wir uns einig, schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich glaube, der Einspruch, keine Ahnung, wie lange da jetzt die Beantwortungsfrist ist, aber gehen wir mal von aus, dass wir Kostic dieses Jahr nicht mehr im DFB-Pokal für uns spielen sehen. Ja. Also irgendwas wird da noch rumkommen und schauen wir mal, wie das weitergeht. Wir schauen jetzt mal morgen oder uns, ihr alle schaut auch mal morgen, was die Auflagen sind für das Donnerstagsspiel. Allen denen, die für sich persönlich die Entscheidung treffen und gesund sind und ins Stadion gehen, wünschen wir einen ganz wunderbaren Fußballabend. Immer dran denken, auch wenn es zum guten Ton gehört, vielleicht in der heutigen Zeit den Sitznachbarn nicht unbedingt mit Handschlag begrüßen. Und einfach auch normal geltende Gesundheitsregeln beachten, bitteschön. Wir werden das Ganze beobachten, auch was jetzt mit der Liga am Wochenende etc. passiert und werden uns auf jeden Fall in der nächsten Woche dann wieder dazu austauschen. Vielleicht steht dann auch schon fest, wie das mit dem Rückspiel in der Euroleague ist, dann werden wir darüber sprechen und ganz sicherlich auch über das Hinspiel und hoffentlich auch über einen Punkt oder vielleicht auch ein bisschen mehr in der Bundesliga. Wir haben jetzt bewusst heute nicht über dieses Gladbach-Spiel gesprochen, weil es einfach viel zu weit noch weg ist. Von daher vertraut da mal drauf, dass die Kollegen von Fußball 2000 vielleicht was tun. Vertraut drauf, dass sie vielleicht was tun. Das ist auch wieder so ein fürchterlicher Satz. Wir sind uns aber ziemlich sicher, dass da noch was kommen wird. Irgendwas wird in der Richtung noch kommen. Schaut da mal rein. Wir veröffentlichen gemeinsam mit den Kollegen vom Spiegel auch wieder unsere Fan-Vorschau am Freitag und ansonsten melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnte Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey, hey, es ganz am Word. Hey, hey, es ganz am Word. Hey, hey, es ganz am Word. Hey, 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 hey